Wir werden heute das neue DLC, äh, das neue DLC, das neue Update und das neue Event spielen. Genau, und Rotkäppchen ist auch dabei. What more say? So, ich dachte, ich wollte schon Hallo sagen, gerade beim Rotkäppchen. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe auch erstmal direkt den falschen Knopf gedrückt. Ich dachte, warum geht es denn, wenn ich den Knopf gedrückt? Ach, ich habe den falschen Knopf gedrückt, der normalerweise ist, wenn ich in Game gehe. Und ich dachte, warum geht die Musik denn aus? Und ich war auf einmal komplett hier schon, das Spiel war im Vollbild und ich war da unten und ich so, hä, Moment. Bei mir war das so, dass ich irgendwie bei Be, ich habe auch zu sehen erst Be Right Back irgendwie angeklickt. Erstmal alles so anderes drücken. Genau, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind live am 16.10.18.58 und das neue Event, wenn wir jetzt gedacht, schon wieder live, ist diesmal aber auch nicht allzu lang, sondern es geht 39 Tage. Also auf jeden Fall ein bisschen kürzer als sonst. Ich glaube, sonst waren es irgendwie so um die 60 Tage. Dafür geht das ganze Event halt auch ein bisschen, zumindest ist das Event auch ein bisschen kürzer. Ich hatte auch irgendwie nur 37 Level anstatt 50 wie sonst. Genau. Ich freue mich drauf. Es gibt auf jeden Fall sehr viele coole Sachen, glaube ich, die drin sind und es wird einfach, wie die jungen Leute heute sagen, gottlos. Okay. Da wunschte ich bei mir, dass ich Leistungsprobleme kriege. Wie mache ich das denn jetzt hier weg? Warte, ich komme mal, Junge. Ich habe Leistung. Ich habe immer Leistungsprobleme. Wir probieren nämlich gerade das neue, diesen neuen Pop-Up aus. Pop-Out, so rum. Dass man beide Chats gleichzeitig sehen kann oder lesen kann. Ich dachte immer da aus, jetzt so. Nicht mehr. Na, sehr gut. Dankeschön. So. Aber läuft gut auf, wie wir mit dem Chat, also. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ist so. Wenn jetzt noch. Ja. Ja. Wenn das jetzt noch drin wäre mit dem Dings, dass man auch. Ach, jetzt weiß ich auch, warum. Dass man auch hier zusammen den Stream hat, so wie früher. Aber das gibt es ja alles irgendwie nicht mehr. Das haben sie alles rausgenommen. Und jetzt weiß ich auch, warum die ganze Zeit hier Linkenberg spürt. Moment. Warum? Ach, ich habe das hier falsch eingestellt, die Playlist. Moment. Ich muss nochmal hier neu starten. Auf jeden Fall ist es auch ganz schön mit dem Chat, weil man in dem Chat auch sehen kann, ob halt wer gerade trotzdem im Chat halt von Gotax schreibt oder von mir. Genau. In dem halt so ein kleines Icon ist. Ich habe auch noch einen Wunschwunsch später dann dazu gepackt. Muss ich mir ja nur sagen, dass er nochmal annehmen muss dann. Dann sieht man ihn auch noch da drin. Ich glaube, man kann bis zu sechs Leute reinpacken oder so. Das ist echt cool. Ja. Aber es ist auch mal schön, dass auch mal Affiliates davon profitieren. Das stimmt. Gehen wir eigentlich direkt in den Bounty Clash rein? Bounty Clash? Mhm. Für 15 Minuten? Mhm. Das ist ja wunderschön. Das ist ja für Singleplayer. Nee, das ist für alle. Eins bis drei Spieler. Ja, wir können es mal ausprobieren. Ich weiß noch gar nicht, was ich da vernünftig mitten nehmen soll. Warte mal. Ich muss da eben kurz hinpassen. Man sieht, dass der jetzt hier, der geht nicht immer so. Oh, das ist schön. Das ist schon mal schön. Ich bin mal überlegen, brauche ich auch eine Halsspritze? Ich überlege dann, ob ich einen Shotgun mitnehme. Alter, der Dynamit-Bundle kostet 200 Dollar. Was? Ich habe hier die kleine Lanze mit Feuer. Ich habe irgendwo eine Quest gesehen, dass man hier Leute anzünden muss. Warte mal. Was ist denn, wenn ich eine große... Ich bin gerade überlegen, brauche ich eine große Ausdauer? Oder ich nehme eine große Lanze mit. Ich bin gerade überlegen, was braucht man denn dafür? Weil Ausdauer brauchst du ja eigentlich nicht. Du musst ja nichts spründen. Du musst ja nichts spründen. Du musst ja nichts spründen. Ich glaube, ich nehme einfach eine große Ausdauer. Ich nehme einfach eine große Halsspritze mit, die über Zeit tickt. Die hier. Okay, dann habe ich noch eins können. Weil die reicht ja dann theoretisch für das ganze Spiel. Was? So, warte, dann nehme ich noch eine große Antidote mit. Drehe ich dann auch für die ganze Runde. So, dann nehmen wir noch zwei Dynamit-Dinger mit. Was ist denn jetzt? Oh, mein Rücken ist ja gerade so richtig so gestochen, wie so ein Stromschlag. Ach so. Das ist im Ernst. Oh je. Was habe ich denn überhaupt für... Was mache ich denn die HP-Balken hier nicht? Warte mal. Ach, da. Was habe ich denn überhaupt bei? Ich muss es mal gerade gucken. Ah, cool. Das merkt er sich immer noch nicht. Hm. Hm. Hallo, du hübscher zurück. Hallo, Grimmis. Wie geht's? Wie steht's? Wie ist es? Wo? Grimmis hat geschrieben. Ich sehe das gerade nicht. Ach so, vielleicht weil es ein TTS ist, deswegen. Ach, jetzt sehe ich das eher. Wie geht's? Wie steht's? Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie ist es? Hallo, Grimmis. Selber hübsch. Wie ist es? Und ich finde dieses, ähm, es gibt jetzt zwei verschiedene, ähm, Skins von Rotkäppchen und ich muss gestehen, ich finde das irgendwie so cool. Ähm, seitdem ich klein bin, ist mein Lieblingsmärchen Rotkäppchen und ich finde das so cool einfach. Das werde ich jetzt mal eine Zeit lang spielen. Das sieht so cool aus, dieser Skin. Ja, ich muss es gut auch nochmal gucken. Beispiel ist das bei denen hier, mal gucken, wie lange die Runde jetzt hier geht. Deswegen, wir spielen den neuen Modus, der irgendwie 15 Minuten maximal geht. Mal schauen. So, was nehme ich denn jetzt mit? Nämlich das, 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 was ist denn hier sinnvoll? Resilience nehmen wir mal mit. Ja, ich bin mal gespannt, was die Runde sagt. Ja... Ja, wurde zweimal in der Woche der letzte Nerv geraubt? Irgendjahr, was passiert? Ja, bei uns ist eigentlich alles gut. Schönes Wetter bei heute. Ich glaube, jetzt die nächsten Tage sollen nochmal schön werden. Also, von mir ist kein Herbst, gerne so bleiben. So über den Winter und dann im Frühling schöner werden. Ich glaube, ich brauche bald nochmal einen Kaffee oder so. Kaffee. Ja, ich kann ja nochmal Kaffee machen. Erstmal gucken, wie jetzt läuft die Runde. Das soll ja jetzt auch nur, also der Modus, den wir jetzt spielen, der soll jetzt von heute bis Sonntag, glaube ich, laufen. Und dann während des Events nur an Wochenenden. Ja, ich glaube, wir wollen es halt testen auch, ne? Ja, ja. Wie halt generell dieser Modus ankommt. Was ist passiert? Warte, ich schalte mal rüber. Ich habe gerade, ich hatte gerade, äh, ganz komische Fehler im Bild von dem Spiel. Okay. Okay, ich bin gespannt, was kommt. Ich kenne es selber noch nicht. Ich auch. Ich weiß auch nicht mehr, wie heißt der Bounty Clash oder irgendwie sowas. Gott, wo sind wir denn hier? Moment, wo sind wir? Ach, das sind die Ausgänge? Oder was? Es gibt zwei Ausgänge? Ja, diesen Kreis komplett, da... Ja, aber oben und unten sind jeweils die Ausgänge, glaube ich. Vom Kreis. Ja, erstmal gleich alle Spritzen, die ich habe. Jo, stimmt. Ich habe drei Spritzen mit. Ich habe zwei, ich brauche keine Ausdauer, deswegen. Warum ist denn das so komisch rucklig gerade? Wieso habe ich denn den Pink von 121 gerade gehabt? Ich zum Glück nicht. Was ist denn dieser Blitz da? Siehst du das? Oben, äh, nur... ...den... Das ist eingefällig, das war ein Showdown. Wir sind live. Wir sind mit Moon und Chat und so. Zu dem neuen Modus. Bounty Clash oder wie das heißt hier. Ich muss erstmal Sachen reinschmeißen. Okay. Ganz neues in Hand. Kann ich gar nicht gewohnt. Okay, zehn Minuten haben wir jetzt. Okay, krass, Grimlus. Ja gut, das glaube ich. Ja, 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 ja. Aber es ist gut, dass es wieder besser geht. Okay, die sind schon beim Boss. Kann ich mir mit dem Ding eigentlich auch zuhauen? Nee, ich kann hier nur... Achso. Dann ist es der Boss-Layer, der mir angezeigt wurde. Ja, genau. Der Boss ist auch schon down. Der muss nur gebanished werden halt. Von rechts kommt irgendwas. Pass auf. Nee, oder? Okay, ich kann dich... Ich kann dich sechsmal wiederholen. Was? Ich kann dich sechsmal wiederholen. Ach du Scheiße. Vielleicht hätte ich auch einen Nachkampf mitnehmen sollen. Was? Da ist einer. Von wo? Da, weil ich mal Kitte habe. Ach, da hinten. Aua. Da drin. Du musst mich mal eben so heilen. Wow. Mann. What? Okay, ich muss daran erstmal komplett klarkommen. Ich auch. Was? Das ist echt schnell. Ja. Es ist ungewohnt, so schnell zu spielen. Wo wart ihr denn am Freitag? Ich saß hier und hab gewartet und gewartet und gewartet und wo war, wenn jemand kam. Kannst du bitte leise vorlesen? Entschuldigung. Weil ich, weil, 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 weil ich vorgelesen wurde und du auch so parallel, also nicht parallel, aber so zeitversetzt. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ach so. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Hallo, Kublilo. Ne, ich habe doch angekündigt, dass ich Freitag nicht da bin. Ich habe doch, ich habe doch nochmal auf Instagram gepostet und hier, ähm, bei Twitch-Stories, wie das auch immer heißt und so. Sorry. Aber dafür gibt es heute im Stream. Nachgeholt. Hallo. Wie geht's? Himmlo. Wie geht's? Wie steht's? Wie is it? Okay, das ging schnell. Okay, nimmt man sich, ich glaube, für solche Runden nimmt man sich, glaube ich, einen kostenlosen Atom. Ich nehme jetzt einfach trotzdem nochmal Rundkäppchen, denn da habe ich jetzt so bekommen. Diese Schandtat. Hallo. Ach so, ich kann gar keinen kostenlosen Hunter nehmen, weil ich gar keine Plätze gerade habe. Aber wie wähle ich den anderen Hunter aus? Free Hunter? Dann nehme ich mir irgendeinen Hunter, oder kann ich mir hier so einen Slot holen? Warte, hole ich mir nochmal so einen Slot? Ach ja, die Musik ist auch noch aus. Ach ja, die Musik auch. Wo? Hey, Poundian. Wo? Wo hole ich mir denn nochmal so einen Hunter-Slot? Ist da unten, das letzte Ding. Hm. So. Jetzt kann ich mir nur einen Free Hunter holen, ja, ne? So. Ach, schön, der ist auch direkt ausgewählt. Gab's ja jetzt eigentlich Zombies, eigentlich nicht, ne? Äh, ne, ich hab jetzt erstmal auch keinen Schlagring mitgenommen. Ach so, weil ich hab da halt automatisch ein Messer bei... Ja, ich glaub, das nehmen wir so. Nehmen wir mal den kostenlosen, mal gucken, wie das abgeht. Mit dem neuen Modus. Ja. Und wie gefällt euch der gemeinsame Chat? Kann man besser sehen, ne? Wenn einer an andere irgendwo was schreibt oder so. Gefällt mir. Hat auf jeden Fall was, ja. Man muss ja nicht so viele Sachen auf einmal aufhaben. Das stimmt. Wenn man jetzt noch gemeinsam streamen könnte auf einem Dings so, dass man das auch zusammensieht. Wenn der aber teilt man, ne, better twitched hat man sich damit jetzt nicht, oder? Also, 7TV da, ne? Okay, das ist ne Menge. Das ist cool. War sehr cool, Gablino. Ja, für einen Tag arbeiten, so viel? Ne, Quatsch. Was? Ne, ist doch nice. Das, äh, hört sich doch gut an. So, warte mal. Der Ausgang ist direkt links neben uns. Ah, jo, da ist das Schiff. Ah. Ah. Aha, okay, cool. Spinn ist eingeschaltet. Tabs on Showdown. Mit dabei ist noch Moon und Chat. Hallo. Hallo. Zum neuen Bounty-Dingenskirchen. Hier, wie auch immer, Heißmodus. Der relativ schnell gehen soll. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich die Folgen dann überhaupt rausbringe. Falls mal was passiert hier. Wow, what? Oh, da ist ein Kürbis. Ich hab'n Kürbis. Ja, aber da wurde geschossen, aufpassen. Ja, ich glaub, die schießen überall. Wo ist denn der Boss drin? Ich weiß es nicht, man sieht es nicht. Können wir, können wir den schon mal banischen? Wow. Rechts neben uns irgendwo. Der kann nicht laufen, bist du bis zu zwölf Leute rum. Von rechts. Einmal getroffen. Er hat nochmal... Ach, ich hab' ihn zweimal getroffen. Mhm. Jetzt hab' ich natürlich die Dinger nicht mitgenommen. Zum Rätzen. Hä? Moment, wer schießt hier? Ich hab' mich nur silenced, ey. Da steht auch einer, oder nicht? Okay, ich muss halt nochmal gleich lesen, Kürbis. Ich versteh' grad' nicht. Ach, der... Der Boss ist nebenan drin. Der ist da hinten drin. Alter, ist er hier... Ist halt hier ein COD, ey. Ist ein bisschen wie Battlefield gestern, ey. Ah, hier unten Schiff! Oh, fuck! Och, fuck. Hey, ich komme auf gar nicht klar. Ja, ist halt zwölf Leute auf dem Ding sind, das ist halt so... Boah, da muss ich jetzt mal richtig reinkommen. Das ist so Umdenken auch. Boah, was... Du musstest den Account transferieren, sonst hättest du nicht weitergucken können? Hä? Warum das denn? Weil das ist ein komischer Bug. Okay, den versteh' ich nicht. Warum das denn? Da hab' ich noch nie gehabt. Ich hoffe, den hab' ich auch in die... Allein schon bei der Watch History. Und so. Ich weiß gar nicht mehr, welche... Welche gut haben wir nicht? Boah, das ist... So, ich nehm' jetzt einfach... Machen wir den nochmal oder spielen wir nochmal? Also, ich nehm' jetzt einmal den... Ich hab' jetzt keinen Nekro mit, aber ich lass' jetzt einfach mal so den Nekro, äh... Ja, ich nehm' halt auch wieder einen kostenlosen Hand. Ich geh' da mit keinem anderen rein und lohnt sich ja nicht. Aber ich mach' ich verändere nichts. Ich geh' einfach so rein. Ich verändere nichts. Ich hab' den jetzt nur andere Balken, oder? Ja, ich hab' dann mal andere Balken auch gegeben. Weil ich auf jeden Fall noch mitnehmen, ist hier Feuer, weil wir haben ne Quest, wo wir Hunter anzünden müssen. Na gut, gibt's für die... Waffe Feuer. Ja. Ein ganz seltener Bug zu sein, okay. Ne, den hab' ich auch noch nie gehört. Aber gut, wenn's jetzt zumindest wieder geht. Ich weiß auch sonst nicht, was ich hier mitnehmen soll. Ich nehm' mal noch ne Flair mit für den 10er. Ach, ich bin aber gewohnt, da wieder rauszutappen. Ich stimme, ich kann das ja hier jetzt sehen. Muss ich mir ja dran gewöhnen. Ich wüsste gar nicht, dass man ne Account oder so transferieren kann, dann halt. Hm. Oh, stopp. Was? Ich sehe Sachen im Test. Ach so. Deswegen dachte ich gerade. Ich sehe Besuch. Ach so. Hallo. 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 Hört man mich? Ja. Ja, dich hört man. Ich wollte dir gerade schreiben, kannst einfach reinkommen sonst. Ja, danke. Ah, ich muss das immer noch hier alles irgendwie einstellen. Das ist alles komisch und ungestellt. Ja, aber ich bin jetzt da. Hallo. Hallo. Na, wie ist es? Äh, ja, soweit ganz gut. Und bei euch? Ja. Wir haben uns jetzt einfach mal nur so einen kostenlosen Hunter ohne Schnickschnack mitgenommen. Weil es gibt da diesen Bounty Clash, was für 15 Minuten geht. Und, äh, nehm einfach, nehm wirklich einfach nur einen kostenlosen Hunter ohne Schnickschnack mit, weil die Runden gehen ziemlich schnell vorbei. Also, meine Fresse ist da schnell, das ist so ungewohnt. Mhm. Also. Ich kann sowieso gerade nicht mit dem Spiel, klar, das ist anders. Das ist alles Neues. Hast du auch den Streamern? Ähm. Ach so, ja stimmt. Sollte ich auch mal starten, ne? Ne, ich weiß nicht, ich hab dir bei Twitch ne Einladung geschickt, wenn du willst. Hast du bei Twitch ne Einladung geschickt? Ja, den kannst du annehmen, das siehst du oben irgendwo da, wo du auch wispern kannst, oben. Und da kannst du annehmen, dann sind wir halt alles zusammen so in einem Chat drin. Also dann sind wir theoretisch alles in einem Chat, wenn du willst. Also muss ich mich dann bei Dings nur anmelden, okay. Ja, eigentlich nur bei Twitch. Äh, ja, ja. Das heißt irgendwas mit Stream, wie heißt das, Streamtogether, gemeinsam streamen, irgendwie sowas. Und da sieht man Dinge zusammen, oder was? Ne, dann sehen die Leute halt die Namen von den Leuten halt da im Stream bei den anderen direkt stehen und so. Und die Chats sind halt miteinander verbunden. Dann siehst du halt, wenn einer bei dir im Chat schreibt und so. Ach, deswegen, ich war vorhin voll verwirrt, dass ich Chatty aufhatte und ich hab mich die ganze Zeit gewundert, warum bei beiden Kanälen die ganze Zeit nur dasselbe steht. Da sag ich irgendwie, hab ich irgendwas verschissen in den Einstellungen? Ja, aber Chatty kannst du halt nicht so gut auseinandersetzen, deswegen hab ich grad kein Chatty damit auf. Weil da bei den anderen siehst du so ein kleines Logo davor von dem Account, welcher grad am Stream ist. Achso. Los geht's. Ja, ist dem Chat beigetreten. Wuhu. Warte. Wuhu. Was ist das hier? Den Rest kannst du ausmachen, was du da links noch siehst und so. Oder du kannst den Chat ausploppen, das ist egal. Das ist nur, wenn man halt auch noch den Cam von anderen übertragen will und sowas. Das ist jetzt einfach... Das fändest du am besten nur minimieren, was du da jetzt aufhast oder irgendwie sowas. Ey, den Chat kann ich aus... Ach, warte mal. Kann ich das hier wegmachen? Also irgendein... Also irgendein Chat musst du schon aufhauen, man siehst das nicht, aber... Nein, er meinte das mit dem Video. Du kannst das auspoppen. Achso, ja, denn du kannst den Chat alleine nochmal auspoppen aus dem Video, wo du da links die Videos siehst. Unter dem Chat hast du ja, äh... So ein Zahnrad. Einstellungen, dieses Zahnrad, und da kannst du dann darunter das suchen. Achso, da... Ähm... Dann poppe ich den mal raus hier, so und dann... Ja, und den Rest einfach dann minimieren und dann... Außer eigentlich alles in meinem Chat und so mal... Goil! Da hast du jetzt bei mir im Chat geschrieben. Ja. Äh? Was ist denn mit meiner Musik los? Mein soll nur ein Chat. Ich hab da nie rausgepöppt. Chat anzeigen. Hier, Chat raus. Hab nur einen. Ja, aber... Theoretisch... Warte. Ein Mint. Aber er ist bei mir ja auch aufgetaucht. Also... Ja, aber das sollte eigentlich... Das sollte eigentlich passen. So, ich habe hier... Gut. Ich brauche nochmal eine Stunde hier mit denen einstellen. Ja, mach immer. Ich weiß ja, aber keine Ahnung. So, jetzt habe ich bei... Wunen im Chat geschrieben. Jetzt müsstest du theoretisch den Wolf davor sehen. Naja, es kommt... Es kommt alles an. Ah, sehr gut. Oh. Wieso steht da jetzt, dass ich eingeladen worden bin? Du bist rausgegangen. Jetzt ist Movie herbeigetreten. Jetzt kann man auch zugucken, was die Leute so mitgenommen haben. Aber bei mir lädt das jetzt nicht. Hä, ich verstehe das alles. Bei mir lädt. Und du bist jetzt beigetreten, oder? Ach. Ja, bei mir ist auch ein... Irgendwas aufgegangen und... Jetzt ist da so ein Ladebalken die ganze Zeit. Warte, ich kann nochmal kurz gucken. Warte, ich muss noch was zu trinken holen. Rüste dich erstmal aus, Ragun. Wie gesagt, nimm nicht zu viel, glaube ich, mit, weil... Ich will nicht zu weit. Weil so viel, glaube ich, brauchen wir manchmal nicht. Wenn es so weit... Uh, ja. Warte mal, warum mache ich denn hier das nochmal? Ich bin so raus. Ich komme mir gerade vor wie der letzte Anfänger. Warte mal. So, bereit, da. Na, Grimm ist alles frisch. Aber... Da sieht man die Benutzer nicht. Benutzer im Chat. Da wird mir gar nichts angestellt. Aber wie bitte? Benutzer im Chat. Da wird mir gar nichts angezeigt. Also ich sehe nicht die Leute im Chat. Irgendwie. Wie meinst du das? Also bei mir im OBS... Dann siehst du das nicht. Man hört hier nichts. Oh. Ach, du meinst, wer in deinem Chat gerade ist, das siehst du nicht. Also... Dass man vorher... Ja, das haben wir auch nicht... Ah, blablabla. So, wieder da. Hallo? Was? Na doch. Ja, danke für die Info. Sag mal, mir ist alles umgestellt. Mich hat man hier auch nicht mehr gehört. Ach so. Und wegen hier... Never Touch a Running System, ey. Trotzdem ist es kaputt. Lass mich nicht dran umtatschen. Nicht touchen. Ich habe immer andere Symbole. Da kommt wahrscheinlich immer darauf an, von wo du schreibst. Ja, also, wer an welchem Schettdeutsch wird. So. Mal gucken. Ich glaube, wir sollten ein bisschen langsamer vorgehen. Wir sollten nicht reinrennen. Wir sollten nicht reinrennen. Ja, also es wird richtig schnell. Weil hier sind zwölf Leute nur in dem Gebiet. Warte, jetzt siehst du, wenn du Tab drückst. Dieses Kreis. Dieser Kreis da. Will die einfach Hand in... Battlefield 4, ja. Ja, oder COD. Schön, das ist eingeschaltet. Hab's von den Showdown. Mit dabei ist der Ragoomun. Hallo. Hallo. Zum neuen... Ich bin überfordert-Modus. Der richtig... Den neuen COD-Modus. Ich höre irgendwas. Oh mein Gott. Ja, ja, gut. Ich warte mal hier. Der snipert jemand 93 Meter. Mhm. Ja. Mit einer Infatrie. Also, ja, großen Sniper. Mhm. Sehr gut. Ich warte mal hier, ne? Bis da anderes passiert. Ich kann euch ja nicht wohnen. Ich hab wieder vergessen, das mitzunehmen. Das Rättsding. Boah, Junge. Mhm. Ich muss Hand erst mal wieder von Grund auf lernen, glaube ich. Ja, der ist jetzt auch mit Bulletwob und so. Ich wusste nicht mehr, woher das überhaupt kommt. Äh, irgendwo 295. Was war denn das? Was, ein Pfeil? Ja, irgendwie schon, ne? Da kommt auch irgendwas. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, hä, wenn da dir das ein Ast, wo ich drauf rumgetreten bin? Ich dachte, was ist das denn? Ich wusste auch nicht. Ja, ja, da schlagen Äste ein. Wow, auf! Nee, wer seid ihr Pisser? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Fick doch nicht. Ich will nicht. Nee, deine Mutter ist bestimmt voll doll. Ich hab keine... Der kommt von irgendwo hin, dann. Nee, soll kacken gehen. Ich will nicht. Geht's hierhin. Ich bin jetzt hierhin. Ich bin jetzt hierhin. Der kommt was von... Ja, ja. Das ist ein neuer Modus. Das ist Handschowdown in 15 Minuten. In 15 Sekunden. In 15 Sekunden. Das ist ein Scheinkreis. Das ist ein Scheinkreis. Das sind zwölf Spieler. Ja, ich glaube, wir spielen in einem anderen Modus. Ich wollte mal gerade sagen, vielleicht spielen wir den anderen Modus. Also, da muss ich... Da muss man erst mal reinkommen. Holy fuck. Hab mir sich denn dabei gedacht. Das ist schon geil. Also, so ist es nicht. Aber... Wir können es ja noch einmal versuchen. Ich war ja noch gar nicht warm, ey. Ich hab ja noch einmal einen Schritt gemacht. Ja, okay. Dann machen wir jetzt noch mal einen Kurs. Ich nehme mal wieder einen kostenlosen Hand. Drei Cloud-Fehler schon wieder. Ja, dann hat jemand von oben ergebt. Oh, ich nehme aber diesmal... ...zum retzen mit. Ich bin jetzt mal dran gewöhnt, dass ich jetzt die ganze Übersicht hier links sehe. Und da gerade mal zwei Kippen-Pausen. Das Problem ist einfach... Diese 15 Minuten ist kein Problem. Das Krasse ist einfach... Du hast ja diesen bestimmten Kreis. Und da... Also, stell dir vor, dieser Kreis ist einfach diese komplette... Diese kleine Map. Und in dem kleinen Kreis halt sich zwölf Spieler, die sich eigentlich auf dieser kompletten Riesen-Map aufhalten, auf. Und aus jeder Ecke. Also, du könntest auch gleich schon... Also, wir haben ja nicht mal fünf Sekunden über gelebt... ...und sind einfach schon weggesniped worden. Mhm. Das ist ja cool. Man kann jetzt, glaube ich, so wie ich da verstanden habe, einstellen... ...deine bevorzugte HP-Balken. Ich habe jetzt eingestellt, dass ich immer kleine HP-Balken haben will. Da muss ich das nicht jedes Mal ändern. Ach, das waren diese Rekrutierungseinstellungen. Ja, irgendwann mit den HP-Balken. Da konntest du einen schnell so einen Haken setzen, dass das jetzt wohl immer sein soll, dass du halt immer übernehmen willst. Bei den HP-Balken selbst. Ich kann es nicht gesehen. Muss ich gleich mal gucken. Das ist auch neu. Ja. Ja. So, jetzt mal ein bisschen länger überleben als nur so fünf Sekunden. Zehn Minuten gehen noch runter. Haben dich denn dabei gedacht? Das ist voll gelogen. Ich habe gerade irgendwas gekriegt und ich habe schon wieder nicht gesehen, was es ist. Dankeschön für was auch immer. Dankeschön. Und wer auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe was bekommen. Ich habe was bekommen. Danke. Ah, das ist doch so doof, ey. Warum geht das denn? Und das geht jetzt auch nicht. Warum ist denn alles kaputt? Vielleicht bist du nicht angemeldet. Eigentlich schon. Ich habe mich einfach mal angemeldet. Es ist ja alles an. Er sagt mir ja im Aktivitäts-Fit ja auch, es ist ruhig. Es ist zu ruhig. Ja, danke. Aber da wird doch nichts aktualisiert. Ja, das ist zu ruhig. Das ist zu ruhig. Ja, Twitch ist halt irgendwie wild. Frag mich nicht. Manchmal labern mir die Sachen auch nicht, oder? Im Chat steht bei dir aber auch nichts. Ja, ich sehe es ja auch nicht. Ich habe nur die Mucke gehört. Irgendwas ist doch passiert. Ich habe reißen, aber ich sehe auch nicht. Ich muss das mal wieder ins Spiel reinkonnecten. Achso, ich auch. Ja, vielleicht sollte ich da mal hingucken. Aber ich sehe auf jeden Fall eure Zahlen noch in der Luft schweben. Also so ist es nicht. Ja, gut. Die sind da. It's possible to kill a hive. Ja, ist das alles wild hier. So, jetzt sind wir gleich da. Ah ja, jetzt. Bei mir steht schon waiting for other players. Hat die Runde schon angefangen? Leben wir noch? Schön, dass wir eingeschaltet haben. So, schau doch. Und mit dabei sind noch Agun, Moon und der Jet. Hallo. Hallo. Zu der 5-Sekunden-Runden. Richtig schön offen hier überall. Wo sind wir denn? Highfoot gepullt auf 165. Wenn man überall offen ist. Ich meine, eigentlich irgendeine Strafe, wenn man da aus dieser Grenze kommt. Kommen wir aus dieser Grenze da raus? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass du da rauskommst. Das ist bestimmt eine Wand sein oder irgendwie sowas. Ich habe noch nicht geguckt. Keine Ahnung. Bevor du ankamst, hatten wir, glaube ich, eine Runde oder so. Jetzt probiert dann, waren wir auch innerhalb von 5 Sekunden tot. Okay. Das wird auf jeden Fall scharf geschossen. Das hört man schon. Aber ich sehe nur eine Liebe. Naja, die sollen sich erstmal wegmachen. Weniger Leute ist nicht schlimm. Der Menschen. Jetzt haben die eh die Sicht. Der ist noch gar nicht gebanished. Der banished doch erstmal. Die haben noch keine Sicht. Das stimmt. Ach so, das ist dasselbe Prinzip noch, ja? Ja, also der Boss ist aber schon down. Du musst ihn nur noch banishen. Ach, da ist das Feuer. Ich werde schon wieder paranoid. Ich merke, dass ich ein paar Monate keine Hand gespielt habe. Hör auf, da oben können auch welche gucken. Warte mal, da brennt der. Da oben ist einer auf dem Dach. Da ist einer auf dem Dach drauf. Auf der hinteren Seite komme ich aber nicht hin. Eins da. Da war... Eins da ist der Dach. Da habe ich gerade irgendjemanden drauf gesehen gehabt. Scheiße. Da drüben. Hat nen Hit. Sehr gut, ich habe nur ne Schotty halt. Ach so. Es sind doch Zombies noch hier, okay. Ah lol. Ja, sehe ich gerade auch. Der ist dahinter im Heuball da. Ja, okay. Oder ob ich Gegner damit wiederbeleben kann? Wow. Das ist close. Und wo? Weiß ich nicht. Irgendwo hier, irgendwo. Da oben raus, ne? Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir gucken, dass die nicht abhauen damit. Ja, da ist gleich ein Ausgang. Ist aber nicht immer Garant. Ist aber nicht immer Garant. Was? Hat nicht. War ne Filis da in deinem Haus. Ja, okay. Wenn du eine Heilung brauchst, sag Bescheid. Ja, kacke ich nicht durch. Hat wieder nen Hit einer da drüben? Okay. Die haben noch die Schotty. Die müssen ein bisschen näher dann. Ja, die gammeln hier halt in deinem Haus vor uns irgendwo rum. Ist ja auch noch auf anderen Seite ab. Die rennen auf die andere Seite raus. Die Schweine. Danke, dass ihr mich alleine lasst. Lauf doch. Achso, höre ich dann. Ich sehe nichts. Die sind dahin da. Nein. Ich wollte mich gerade reinstellen. Ja gut, dann können wir ja auch gehen. Ja. Warte, wo ist Mut? Nein, ich bin doch noch hier. Hä? Oh Gott. Achso. Sind da noch Gegner? Ja. Achso, ich komme. Kommen. Dann drücke ich mir doch nochmal Ausdauer rein, ey. Trade! Dann könnt ihr mal bitte aufheben. Das war ein Trade. Ja, aber hat der noch Kollegen? Ich weiß es nicht. Wo bist du ungefähr? Da, wo ihr einfach weggerannt seid. Bei dem Haus. Du liegst da oben. Ja, warte, ich muss mal gucken, dass ich da durchkomme. Guck, ob ich dich bekommen kann. Ich übe mal damit. Angekommen? Nö. Sieht nicht so aus. Was versuchst du da überhaupt? Wiederbeleben. Achso. Alles, wie wiederbeleben? Mit anschießen? Aha. Mhm. Jetzt! Oh ja. Da liegt der Typ. Warte, ich halte dich. Ach, danke. Ja, ist jetzt auch neu. Da haben sie reingebaut. Kannst du wiederbeleben. Achso, dann können wir auch alle looten jetzt, ne? Du brauchst kein Dings mehr. Also. Jeder kann jetzt immer alles nehmen, auch alle Kisten und so. Also kann man jetzt Dock spielen, ja? Und nicht, dass man dauerhaft hinterherlaufen kann. Ja. Deswegen war ich mir ein bisschen weiter zurückgehalten. Ja. Der ist ausgewornt. Oh, der geht nicht. Er hat zwei Minuten neununddreißig. Hier liegt keiner mehr drin. Medic. Gott, ey, das ist ja mal ganz anders so wild. Ja. Ja, gut. Holy. Ach, hier ist direkt der Auskling. Das ist auf jeden Fall direkt. Das ist auf jeden Fall direkt Action, ne? Ja. Ja, gut. Dann können wir ja nochmal reingeben, wenn wir den Charakter essen haben. Äh. Ne, wir kommen noch nicht raus. Achso, warte mal, hä? Bin noch. Was? Hast du noch irgendwas, Moon? Wir haben zwei Minuten. Ja, alles gut. Achso. Party. Achso, das ist ne richtige. Okay. Ich habe Schaden bekommen. Ah, du musst jetzt wo reinkommen. Ich habe ne Schadensanzeige. Was ist das? Was ist was? Da ist nichts. Ein Pferd. Bei mir steht da irgendwie so eine halbe kaputte Waffe und einen Baseballschläger. Okay. Das ist ja wild. Oh, gut. Interessant. Oh, neues Bild. Die andere Map ist jetzt auch mit drin. Was ist mit dem anderen drin? Die andere Map ist jetzt auch mit drin. Aber haben sie jetzt noch eine Map hinzugepackt? Die andere Alte, die noch erneuert werden sollte. Die ist jetzt auch dazu? Ich glaube schon, ja. Okay. Achso, ich kann ja noch einen Trade mitnehmen. Ja, ich auch. Ich habe drei Punkte übrig. Da nehme ich Neko. Da nehme ich Neko. Neko. Neko macht Sinn, ne? Ich glaube, ich nehme auch mal Neko mit. Alle heraus. Oder ich nehme Levering mit. Weil Neko habe ich ja theoretisch. Ich habe mal gesagt, dass ich das User-Interface schlimm finde. Das haben sie doch schon verbessert. Ich mag das. Das haben sie ja schon verbessert. Jetzt mit dem letzten Patch. Das war vorher noch schlimmer. Haben wir eigentlich schon irgendeine Quest fertig? Naja, wir haben keine Hand angezündet. Wir haben alle dieselben Quests immer. Naja, es ist ja auch schwierig, weil wir sind ja gerade im PvP. Also, da denke ich gerade tatsächlich nicht an den Quests. Ich schon. Das war die falsche Taste. Dann kann ich die falsche Taste wieder gedrückt. Ha, jetzt. Also, das ist jetzt im Prinzip nur ein Modus. für, wenn man mehr Bock auf PvP hat, ne? Ja, wenn du einfach auch sagst, ich geh jetzt mal rein. So, einfach. Ich habe gerade nicht viel Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach Bock, Schmerzen zu empfinden oder so. Ich habe wirklich die Idee da wieder. Ja, ich habe die Idee da. Ich war auch schon in der Hand. Ja, ich war auch schon in der Hand. Wie sind wir denn jetzt? Neue Map. Ich bin jetzt eingeschaltet, ich hab's von Showdown mit dabei, hier sind euer Ragoon-Buhundentscheid. Hallo. Hallo. Okay, nicht so schnell rechnen wieder. Achso, ja, stimmt. Ich ffff, ich war jetzt da. Da wurden Hunde gepullt. Ja. Ach, hier sind wir. Das Gebiet kenn ich. Da hinten hab ich schon einen gesehen. Okay, ist mit. Da, da, da hab ich auch einen gesehen. Der hat schon so auffällig drüber geguckt. Ja, ist ja dasselbe Gebiet von eben. Das ist vielleicht nur eine bestimmte Auswahl an... Ich weiß es nicht. Die können auch da oben drin rumwackeln. Boah, wir müssen beim nächsten Mal einfach drei Lanzen mitnehmen, mit Ausdauer und einfach reinrennen. Hab ich ja auch schon probiert, aber das ist... Ich bleib mal bestimmt nicht auf der Fresse von den ganzen Schrott hinten. Mann, ihr seid da ganz weit hinten und ich bin hier. Weit hinten? Ich bin doch hier vorne. Ich hab das Gefühl, die spielen COD und wir Splinter Cell oder so. Los, Nachtvisier. Ey, das gibt aber auch mal einen ganz anderen Handkick, ey. Das ist ja... Das ist eine ganz andere Serie. Oh, ich kann hier reinschläuchen. Hallo. Ich glaube, die sind über mir. Achso, hallo. Na, ich seh ja nichts. Mit der rote Faszienluft jagen instant, aber... Ich dachte, der verbindet irgendwo. Aber das ist keiner. Ach, mein Auge, Ju. Jetzt nicht. Schön. Äh, ich weiß nicht, ich hab einen Kürbis erschossen. Leute, in dem Moment ist aber einer umgefallen. Der so geschossen hat. Ist nicht so, hä? Der perfekte Moment. Wow. Ach, du wirst was. Mal gucken, dass die nicht wieder abhauen. Oh, was ab. Wat, 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 wat? Irgendwo von da hinten. Ja, da unten steht einer. Blut. Ja, da drüben brennt. Oh Gott. Bauen wir die Tür auf. Ah, mein Gott, die sehen dann aber auch überall durch. Der ist da, irgendwo an diesem Loch. Ah. Ah. Da tauen die nicht ab. Hm, Alter. Hm. Hm, 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 hm. Was? Oh, der ist außerhalb. Oder wat? Muss holen. Okay, ich sehe keinen. La, la, la. Bei mir! Fuck. Oben drin ist einer. Oben? Ja, ja. Einen hab ich nur angezündet. Ja, gar nicht geschlichen. Oh. Hat einer einen Nekro? Ja. Achso, jetzt macht er beide. Also müssen die beide, dann ist er nicht verbraucht. Danke! Ich komm eben runter hier. Da oben auf dem Dach ist einer. Da oben auf dem Dach ist einer. Der Bounty ist schon ein bisschen dahinter. Das ist schon dahinten. Okay. Da hat er einen Headshot gegeben. Was? Mit der Pistole ganz weit auf dem Dach. Oh, ich hab nicht schlecht. Das war überhaupt nicht gewollt. Da hätten, da hätten, retten noch einer. Da steht wieder. Dach steht wieder. Wir müssen auch ein bisschen gucken, wie in der Bounty. Ist er oben oben auf dem Dach drauf? Gerade war es noch. So. Ich sehe von hinten keinen. Jagdmann, fast in die Luft. Da hinten hat einer geschossen. Hier ist niemand. Lebt der überhaupt noch auf dem Dach? Ich guck mal. Kommt man nach oben? Ich hab keinen auf dem Dach gesehen. Oh my god. Da stand vorhin einer drauf. Aua! Vom Ausgang! Ja, er ist von da hinten irgendwo. Da hinten guckt der Kopf. Ich kann aber nicht hinschießen. Hat aber einen Hit. We have cuppers? Hörn? Du bist tot? Aber ich erwischt, glaub ich. Der Bounty ist raus. Ach, egal. Oh, die kommen wir nur loben hier. Hier kommen wir nur loben. Hier kommen wir nur loben. Hier kommen wir langsam mal. Ein bisschen länger. Alter. Hier ist sie. Ich hab keine Sicht bei ihm, um zu gucken, ob noch wer wo liegt. Hier oben liegt... Ich will mal gucken, wo der Typ ist. Ich dachte ja, der ist aufgestanden. Nee, da liegt der dann echt nicht mehr. Oh Mann. Oder der war der jetzt, der hinten auf uns geschossen hatte. Ja, der kann sich ja auch wiederholen. Wir sind so aufgestanden doch, oder? Ja, einmal. Einmal kann er. Wo liegen denn hier alle? Hä? Hier oben liegt einer. Hier liegt einer. Was, hier oben liegt noch einer? Warte, halt vermutlich. Hier liegt einer. ich würde sagen das mal alle gewesen ja nur die sommer vermuten man kriegt auf jeden fall dafür relativ schnell punkte zusammen weiß ich gar nicht 44 von den anderen aber wir können ja gut hat eine runde das ist echt heftig so war ich hab dich geheilt hat die schlack geschmeckt so richtig halt immer so eine rote anzeige wie wenn wirst du irgendwie getroffen was also auf was für eine richtung sind diese rote richtungsweise ich würde interessieren wie viele der heilt müssen wir darauf achten so das mal ändern hier dankeschön für diesen funfake kubilo dankeschön bei mir hat sich nichts aktualisiert was hat er geschrieben ich muss das auflassen oder vorhin stand da noch gemeinsam mit dem chat ach das ist doch doof ja du bist aus dem chat wieder raus stimmt ja du musst das auflassen ja jetzt müsst ihr doch ich dachte das das stimmt kubilo flamme von arno geherde gerinkt wurde ich na toll du bist wieder beigetreten im chat geil ich brauche aber echt mal einen kaffee ja ich schmeiße den kaffee gleich so an dann machen wir nach der runde so warte muss ich eben kurz hier ein ding auswählen speed dann zeigt das in OBS auch mit gemeinsamer chat das ist doch alles so bullshit in OBS steht er bei mir drin ja jetzt ja wenn ich das wieder anmache ja aber wenn ich das weg mache dann geht es da weg ja du ja deswegen habe ich es auch nur minimiert dann halt sowohl das jetzt ja da ringend richtig so ich mache schon mal fett fertig und ich bin gleich wieder da jetzt machen wir uns mal einen Bruchteil vor der Wort unserer Hilfe oh ja das 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 Dann noch auf den Diopter. Die Skins sind mit Tab. Zurück zu Hobby und... So, wer da? Bibi. Bibi. Der hat mich gleich mal dran, nach der Runde gleich Kaffee anrufen. Ja. 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 Ich bin gerade müde geworden. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt? Der ist nur schwarzer Kaffee. Ich wollte kein Trinken reingeschenken und dann habe ich fast meine Tastatur bewässert. Weil es ein bisschen mit zu viel Schwung rausgekommen ist. Ja, der muss auch mal gegossen werden. Das war schön sauber machen, ja. Das war schön sauber. Einmal hin, nee, alles. Das ist was anderes. Jetzt ist er schon weg so rum. Einmal hin, alles sauber. Einmal hin, alles sauber. Was? Ich weiß auch, wie ich Sprichwörter durcheinander hier. Was eigentlich, O-Bring kann ja noch werden. Machst du einen 24-Stunden-Stream? Ich bin gespannt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Habt's vor dem Schauter. Mit meinem Herzen auf Ragou und Munch. Hallo. Langsam. Was? Wie langsam? Langsam? Wieso langsam? Weil wir... Weil wir... Den Modus haben wir jetzt aber nicht an, ne? Marcel, könntest du mir bitte sagen, dass wir den Modus nicht anhaben? Ich hab den... Ich hab den Modus gewechselt vorhin. Ich laufe mit den Waffen, die ich eben in dem Modus hatte, rum. Ja, ist doch gut. War ja da nicht verkehrt, O-Bring. Nein. Komm, hast du uns ein paar gekillt? Ich hab... Ich hab einen mit der Pistole gekillt. Ja, sehr gut. Ach, nö. Let's go. Hä? Macht mal. Macht mal die Sicht. Nutzt mal die Sicht. Ja? Deshalb ist das so roter Umrandung. Ja. Okay. Oh, ist das eine Kutsche? Wir müssen zur Kutsche. Ich will meinen Pakt haben. Ja. Ich will meinen Pakt. Wieder Pakt? Ich weiß aber nicht, was für einen Pakt ich benutzen soll. Also. Wenn man den oben Pakt benutzt, wie der heißt da, dann hast du Sicht, wenn irgendwo einer Krach macht, Explosionen macht und was weiß ich oder irgendwie sowas. Und wenn du dann noch den Trait hast, dass du halt theoretisch Leute sehen kannst, die halt vergiftet und so sind, dann siehst du gleichzeitig auch noch, wenn die keine Ausdauer mehr haben. Dann gibt's noch den anderen Pakt, wo ich den Namen von dir weiß. Dann kannst du auch irgendwas mitmachen und dann gibt's noch einen anderen Pakt. Gerne. Ich frage mich weiter bei dir. Wow. Weißt du, diese Stingeln zu essen? Ja, richtig. Mein Gott. Was für einen Pakt nimmst du? Ähm. Nicht den einen. Ich muss mal gucken, wie die Eisen, sonst sag ich dir das. Ja, Dingenskirche, weißt du. Dingenskirche, ich kennst du. Ich kenn auch das von das. Ich will euch das nächste Mal erklären, warum ich nicht zu dir. Gerne. Warte, was haben wir hier? Wir haben hier, ich weiß nicht, der ist nicht anders. Wer, woher ist die denn so doof? Hä? Warum heißt die denn Gunwarner? Was ist das denn? Ach, das ist ein Schmuggler. Oh. Doch, der, doch, ich nehm den Schmuggler. Weil der Schmuggler, damit kannst du, ähm, genau. Dann könnt ihr zwei große Waffen tragen. Das wollte ich. Ach ja. Der Schmuggler. Der Schmuggler hat zwei große Waffen. Ist da ein Trade, den man einfach so nehmen kann? Oh, der kostet, der kostet eine Marke. Werden wir die? Das ist eine Mark 50. Ja, der kostet eine Marke. Aber wir haben ja, wir haben ja vier Marke. Ja, kann jeder mitnehmen. Ja, davon ging gerade eine Kuh, aber habt ihr die Kuh auch gehört? Nee. Okay, dann war das, dann war das höchstwahrscheinlich Dings. Nee, da ist doch, ja, ich wollte sagen, Kuh und Pferd in die Richtung. Bei East, ein Kuh fährt. Kuh fährt. Da sind zwei. Möchte ich nicht. Sag dir so ein Gen. Drei. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt vier sass, geh ich. Achtung, Kuh. Die Polne Hive. Vielleicht gleich auch. Einer ist tot. Okay. Links irgendwo habe ich den Schuss gehört. Wo denn? Der ist irgendwo da. Aber einer ist, sie ist auch tot. Aber es muss noch einer leben. Da hinten, Spacken. Ja, ein Zombie. Der ist dahinter. Oh, was? Oh, mein Schuss hat verfehlt. Oh, oh. Ich schaffte kein AP mehr. Nee, da war der Dicke. Hargun, hast du nur eine Dynamitstange? Nee. Toll. Oder guck, dass du mich zuerst dann bekommst, dann kann ich, äh, Moon, bitte, bitte Spritze holen. Och, nö. Alles gut. Ich muss nur kurz denken, danke. Ich hab Aua. Warte, ich muss, ich muss eben nachladen. Ich hab großen Aua. Kann ich mich jetzt eigentlich selbst damit rein? Seid ihr jetzt an die Folge halt damit? Bist du jetzt voll? So, warte mal. Ich bring jetzt erstmal den... Ja, ja. ...dicken hier um. Oha. Hm. Oha. Okay, ich probier auch mal kurz meinen Versuch. Toll. Der nehmt immer noch. Hilfe. Okay, er ist tot. Okay, er hat aber nichts gedroppt. Okay, können wir jetzt looten? Sehr schön. Wo lagen denn jetzt hier alle? Es passiert fast. Da ist einer. Oh, so ein bisschen. Guck mal, hier sind noch ein paar Dollar. Ein paar Dollar? Nehmen wir ein paar Dollar mit hier. Geld. Geld regiert die Welt. Du meinst? Moneten. Ich mag... Ich mag einen Moneten. 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 Ich mag... Moneten regieren die Welt. Ich mag Moneten. Oh, ich kann eine andere Waffe mir aussuchen von den Leuten. Kannst du die aussuchen? Eine andere Waffe. Hier liegt noch einer. So ein Kürbiskopf. Ach, der ist noch einer. Ja, wir können jetzt noch versuchen hoch... zu rennen. Geil, ich hab ne... Ich hab jetzt ne... Ähm, ne... Ne Shotgun, ne große und ne Mako. Nice. Oh, ne Otto. Oh, ich auch. Let's go. To the mall. Oder? Ah, ne... Ist egal. Ne. Kann man doch nicht entscheiden. Geh mich da jetzt mit. Das ist ja nicht so gut geworden. Warte. Was du da versucht hast. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. I will need a Kutsche. Oh na, kommst du denn jetzt hier an? Hier waren wir ja eben. Wollen wir nicht gerade an der Kutsche da gewesen? Ja. Ja, aber... Wir können Monition holen. Moneten? Ach, warte mal. Ich habe Heilkraft bekommen. Dieselmoni. Eigenschaftspuren, Reichweite, in meiner Regel, was auch immer. Ach so, ja. Du kannst die HP-Balken wiederherstellen. Ja, warte. Ihr habt doch HP-Balken verloren, ne? Ich nicht. Ja, ich. Ja, warte. Ich mache uns wieder HP-Balken. Ja, aber wie? Ja. Du musst mit der E-Sicht dann da drauf oder überhaupt auf den Trade, wenn du das hast. Wenn der irgendwo rumliegt. Dann musst du mit E-Sicht und dann kriegen das alle wieder. Ach, pfti. Balken hat da nur ein T-Vier aufgenommen, ja. Geil. Geil. Die Rosette auch. Oh, das ist ähnlich. Ja, die sind da hinten im Gebäude. Wo sind die immer drin? Kann sein, dass die schon ein Stück raus sind. Ich bin ganz sicher. Ja, sind ein Stück raus. Sind dahinter. Wo sind die? Weiß nicht. Irgendwo hier hinter. Wollt den Blitzen. Können die gerade auch rennen. Laufen da einfach ein Kompond rum? Ne, die laufen da hinter oder? Ich bin ganz schön geschossen. Ja. Die rennen hier hinter. Einer ist am Bluten. Ihr stirbt halt nicht, Rotkäppchen, stirbt nicht. Ab ein. Sehr gut. Alter, ich bin an Luft verschluckt. Muss ich mir eben healen. Mann, sind die Bounties weitergerannt? Auf 90. Oh, fuck. Der steht an der Zahn. Vor mir ist einer. Scheiße. Der müsste ich auch haben. Ich habe auf das Fass geschossen, war direkt neben dem. Der müsste mit den Incenten anziehen machen jemand noch, ne? Danke. Weiß ich gar nicht, ob der jetzt Incent angezündet hat oder ob du dich irgendwann ausgebrannt hattest. Oh, der hat mich direkt angezogen. Oh, lau. Der hat mich direkt angezogen. Angezogen. Ah, richtig angezogen, ja. Ich bin so direkt angezogen, ey. Das konnte er sich nicht angucken. Zieh den an den Jungen. Der ist nackig. So, warte, hier drüben ist noch ein Bounty. Und wo sind jetzt die Spieler? Wann, jo? Tot. Ja, zum Looten. Ja, hier ist noch einer. Ich habe irgendein Rotkäppchen, hier vorne irgendwo eine Wiese. Wow. Alter. Ich habe geschossen. Habe ich mich erschrocken, das war so ein komischer Sound. Liegt die? Ja. Ach, da. Wir haben nur noch den extra Boss, oder? Wo ist der dritte? Ja, ich weiß nicht, gerade nur zwei. Der sollte da sein, würde ich. Den anderen habe ich noch nicht gelootet. Wo lag der? Ach, da. Ich glaube, da waren nur zwei. Und so. Ich habe jetzt auch kein Witness Ball. Ja, ich kann nicht gucken, wo der Boss ist. Wir können aber auch raus. Dann kann, also mir ist das egal. Achso, ich wollte mal eine Mitte oder so. Ist doch auch egal. Können wir. Achso. Oh ja, das ist die Mitte. Also man kann jetzt zwei große Waffen mitnehmen? Wenn du den einen Trade genommen hast, ja. Ja, ich habe jetzt eine Marco und eine Bertie. Bertie habe ich jetzt. Okay. Ich habe jetzt mal die Geselles von den einen. Das war nur noch ein Schuss, aber ja. Das ist super, dann kannst du, dann kannst du mit einer, äh, mit einer Afto und mit einem Nitro rumrennen. Na, Alter. Das ist ganz normal. Gar nicht übertrieben. Gut, ging früher auch schon mal ganz am Anfang mit, wenn du eine Quarter hattest. Ja, ganz am Anfang. Ja, ja. Hey. Da kommt man nicht schweren an die Kürbisse, ne? Wo müssen wir jetzt hin oder wo laufen wir jetzt überhaupt hin? In die Mitte. Da können wir extra Kutsche mit Kassen und so. Achso. Wegen Money. Na gut, du kannst ja mal gucken, äh, warte mal, wer hat noch ein Bounty Ball? Ich. Na gut, drück mal, drück mal E und guck mal, ob du irgendwo löst. Laute in Krach hörst, wenn du in irgendeine Richtung guckst. Die ganze Zeit, also guck mal, ich hab gerade, ich hab gerade, ich hab gerade ein schallendes Mu gehört. Ne, nicht das Mu, das andere, irgendwas anderes. Ein schallendes Mu. Wegen dem, wegen dem extra Boss. Wo der ist. Ich glaub, Südwesten klingt das so, oder schreit irgendwas rum. Ja. Mein Gott. Warte, ich komm. Ich hab keine Ausdauer mehr. Und ich hab halt so ein Messer. Rambo-Messer. Schön, dass du dir vor meinen Augen eine Ausdauerspritze gibst. Gerne. Hättest du einfach gesagt, hätte ich mir nochmal umgedreht, hätte ich dir besser gezeigt. Kack, nee. Was ist denn? Hier sind Dreckspunkte. Hier möchte ich nicht. Hier ist wieder so ein kleiner. Warum bin ich hier reingegangen? Du bist verfolgt. Und der nächste... Ah, ein Neuschub. Was? Ach nö, kannst du den bitte mal wegmachen, du hast einen Schlagering. Was für ihn denn? Achso. Wow. Gibt's hier Wampage? Gibt's ne Kasse? Kasse. Erstmal Kasse. Fünfhundert. Zweiunderschöne. Zweiunderschöne. Na klar. Da schießt doch wer. Ja, ich glaub das Ragoon raus. Was machst du da, Ragoon? Willst du die Kasse nicht? Och, nö, na. Wer hat jetzt die Fliegen hier? Du hast doch da dahin geworfen. Ich, äh, ich hab hier gerade einen Wutanfall gefunden. Ich hatte... Egal Wutanfall. Ich hatte eine Dynamitstange geworfen. Ja, ich hab keine Mücken geworfen. Hier liegt nochmal Geld. Achso, kann ja sein, dass du die Dynamitstange da vorne hingeworfen hast, auf das Fass mit dem Fliegen drin? Nein. Nee, deswegen qualmt hat er auch noch so grün. Nein. Hier ist noch eine Kasse. Ich doch. Eine Kasse, die deinen Namen trägt. Was? Moneten. So, noch irgendwo? Moneten. Du musst mal, wenn du E drückst, mal, ähm... Noch ein Wutanfall, cool. Noch eine Kasse? Nee, Wutanfall. Nee, Wutanfall. Den anderen Wutanfall konnte man sich da auch kostenlos bei dem Dicken holen. Achso. Wenn du, wenn du jetzt E drückst, dann musst du irgendwo ein ganz lautes Geräusch nach einer Zeit hören. Ja, Südwesten. Und da müsste jetzt der... Südwesten irgendwo. Südwesten, okay. Irgendwo so weit dann. Ach nee, der schon wieder. Oh, hier ist eine Brücke. Oh, hier sind... Eine Patrone. Hier ist noch eine Kasse. Jetzt habe ich noch einen Punkt übrig. Ich habe noch vier. 750. Na klar. Dann ist gleich wieder nur ein Kaugummi drin. Oh, 500. Spitzgeschossen. Was gibt's? Ach, Spitz. Nicht einfach schon Gipsgeschosse. Jetzt haben wir ein paar Schießen-Dieter. Weder oben ist jetzt eine Kasse. Eine Kasse. Kacken. Ich habe gar nicht Lust mehr. 250. Ich habe keine Punkte mehr. Ich habe jetzt insgesamt 2028 Dollar aufgehoben. Juhu. Cheater. Eine Kasse will ich nicht. Ich bin der Rich-Pieple. Rich-Pieple. Braucht man dafür immer die ganze Zeit irgendwelche... Ja, die Ruhrdinger da. Ja, die Punkte brauchst du da nix. Ja, ich habe noch zwei. Toll, ich habe die ganze Zeit null. Warum habe ich die ganze Zeit null? Ich habe auch null. Also die ausgegeben habt. Ich habe doch noch eine Kasse genommen. Oder nicht. Also ordentlich investiert. Ich nehme einfach die Kasse für vier. Kostet eins. Egal. Ich nehme vier. Wo ist denn das Ding jetzt? Warte, ich guck mal. Weiß nicht. Ich gehe nach Fresken. Das ist SW. Das stimmt beim Böhl. Irgendwo da. Ins Preston. Boah, ist da ein großer Kürbis. Ist das ein großer Kürbis? Nee, das ist nun fast schade. Das ist ein krank. Die gibt es denn groß? Ach, ist das nicht hier, wo wir zum ersten Mal auf den Ding getroffen sind? Wo wir uns so erschrocken haben? Ja. Wo ist er denn jetzt? Bin ich hier irgendwo? Ah, da hinten. Da hinten rennt was Großes. Nein, ich wollte das sagen. Der ist doch hier irgendwo. Da ist er. Was ist eigentlich, wenn ich den anschieße mit der Heilung? Macht dem nix. Ärgert sie sich nur. Naja. Was hat er gedroht? Kann er irgendwas fliegen lassen? Ja, Wutanfall. Wollen wir doch? Das ist nicht. Ja, dann können wir ja hochgehen, jetzt nach Grizzly. Doch, tschüss. Mit den Moneten? Ich hab 1115 Dollar. 1096. 2028. Das ist auch wie für eine Menge Holz mehr. Macht der Krach? Naja, Glück gehabt. Das hat explodiert jetzt. Und dann macht's ein boom, 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 boom. Da verdoppelt jetzt. Ich habe Heilung bekommen. Irgendwann kriegst du auch so eine Anzeige. Hast du ja Schaden bekommen. Ist das, ist das, ähm, ist das, womit du jemanden auch aufhebst? Ja. Und damit kannst du auch heilen. Ja, ich weiß aber nicht, wie viel. Deswegen, wenn ihr mal Schaden habt, sag mal Bescheid. Ich will mal wissen, wie viel ich heilen kann damit. Okay, warte, dann verpugel mich mal. Hallo, Uni. Dann verpugel mich mal. Wie viel hast du noch? Ich sag Bescheid, wenn es brenzlig wird. Wie geht's? Wie steht's? Stopp, stopp. Oh, ja, dann sagst du mir jetzt stopp. Jetzt geht's mich an. Ja, warte, ich muss im Nachland. Ähm, du bist fast, die Hälfte vom vorletzten Balken. Wie viel Balken war denn insgesamt, der da gealtert hat? Eins, zwei, drei, vier. Okay. Am vorletzten Balken sind noch vier. Ja, ich hab keine Ahnung. Wenn wir noch fünf Balken haben. Ach, das ist mir jetzt so kompliziert. Da sind Raben hochgeflogen, oder? Wollen wir das? Ich hab keine Sicht mehr. Warte. Ich seh da nichts. Okay, dann waren wir vielleicht wieder. Ich hab hier noch grad drauf fliegen gesehen. Aber die sind weiter weg gewesen. Ja, die sind. Ja, die sind. Hey. Gut und selbst. Ja. Also, ich kann so sagen, ist immer gut. Also, von mir. Also, ich seh nichts. Ja, auch gut. Tut tut. Hallo, Oni. Was geht mit Neues, Oni? Wie ist es? Aber ich sag zweimal stopp und beim zweiten Mal hau so trotzdem noch mehr rein. Stopp. Stopp. Ja, bevor ich am zuhauen bin. Was? Hast du was gesagt? Was denn? War was? Du musst halt auch rechtzeitig sagen. Tschüss. Jetzt in die Höhle. Ja, nimm die Heilung mit. Oh, cool, die Höhle. Hedgehog. Oh, da ist ein Kürbis. Oh, ich hab dir Licht angemacht in der Höhle. Soll ich an den Kaffee erinnern? Ey, so, ich muss die Folge erstmal abmoderieren. Nicht zu viel und selbst, nur und ich. Ja. Neues, Event ist da und macht Spaß. Deswegen freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ich weiß gar nicht, wie ich hatte. 2.126 Dollar bekommen. Was insgesamt hatten wir? Ja. Fünf. Ein Kill. Ist die Missionsauswertung jetzt nur noch für mich? Ja. Bei mir steht gedötete Jäger 2. Ja, ja, genau. Und dann kannst du aber links nochmal irgendwie auf hier Summary Details irgendwie und dann kannst du nochmal Team Details und sowas. Wenn es hinhaut. Klappt auch nicht immer, aber vielleicht klappt das ja jetzt mittlerweile. Man weiß es nicht. Noch mehr Schachteln. Noch mehr Schachteln. Richtig. Falls ihr gefallen habt, sonst seid das gar nicht klar. Aber dann könnt ihr natürlich nicht vergessen. Morgen, da ist es schon und wenn ich einschalte. Tschüss. Tschüss. So. Ich hole auch mal was fixer zu trinken. Jo. Wir sind natürlich noch da. Ich kann noch Würger. Bis gleich. Gleich wieder da. So, genau. Kurz eben was zu trinken holen. Ne. Und, äh, genau. Gleich wieder da. Bis gleich. Wollt ihr auch was essen, was zu trinken können? Geht kurz auf Toilette. Dann nehmen wir uns noch was mit. Gunrunner Remedy 21. Reduce the range of animals. Wie sieht denn der F-Mit? Funrunner aus. The Wildness. Ah, das ist Maklerspakt. Okay, ich bin schon gewundert. Ja. Habe ich irgendwie einen Tread verloren? Oh, no. Danke schön. Danke schön. Ja, da. Danke. So, Kaffee. So, was nehme ich denn jetzt mit? Und die Handkospo lasse ich erstmal hier. Und die Handkospo lasse ich noch. Und die Handkospo lasse ich noch mal an den Reward, was ich geklemmt habe, angezeigt. Sehr gut, dass sie das gefixt haben. Ach, schön. Was, ich mitnehme dich? Wo soll ich die hinpacken? Wo soll ich die hinpacken? Wippie. Danke. So, da muss ich auch noch wieder ausrüsten, ja. Mal bearbeiten, L. Wie viel Kohle hast du eigentlich gerade in der Hand? Wippie. Wippie. Äh, 37.000. Ich auch. Aber mischen eins vor. Ich habe auch so viel. Ich habe 100.000, nee, 103.844, so rum, mein Gott. Das ist krass, wie man gelten kann. Ich habe 137.000, aber das ist krass, wie man das zusammen hier bekommt bei den Events. Das ist echt krass, einfach. Ich habe noch 23 Punkte übrig. Äh, dann nehmen wir auf jeden Fall erstmal Nico. Uhu, uhu, uhu. Gibt es das eigentlich aktuell nur die Map, oder gibt es auch von den alten noch welche? Die erste gibt es noch, und ob die zweite da ist, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, nicht, obwohl die eigentlich gesagt haben, dass jeden Monat eine neue wieder hinzukommt von den alten, aber die haben zumindest nirgendwo was angekündigt. Ich habe nichts gelesen. Also zumindest die neue, also die ganz, die erste Map gibt es jetzt nochmal überarbeitet. Achso. Ob die zweite jetzt schon wieder drin ist, weiß ich nicht. Oh, ich nehme mal Witness mit. Dann können wir mal gucken, wo die toten Hand da oben liegen. Habe ich schon. Achso. Da ist er wieder mitgegangen. Das gibt es auch immer mit, auch wenn du es mithast. Und was war das? Das ist, wenn halt Leute tot auf dem Boden liegen. Also es ist eigentlich richtig nützlich, weil du kannst tote Zombie-Flecken und tote Panther sehen. Das ist zum Beispiel, benutze ich das oft gern, wenn ich in so einem Compound gehe. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, so Reste von Zombies, die werden halt so weiß dann angezeigt. Dann weiß ich immer, oh, da waren welche gerade vor kurzem. Und die unterscheiden sich aber, weil die von den Zombies, die sind komplett weiß. Und von den Hunters, die haben so einen weißen Strich, aber unten so eine orangene Spitze. Und so ein Punkt. Dadurch kannst du die ganz gut auseinanderhalten. Und so. Wir hatten das nämlich gehabt, wir hatten das letztens mal gehabt, da habe ich das benutzt gehabt, als wenn sie in so einem Compound rein waren. Und dann habe ich gesehen, oh, hier waren welche. Oder hier wurden Zombies vor kurzem erst getötet. Und somit hatten wir dann sozusagen mal vorgewarnt und hatten dann vorgewarnt einen Kampf gestartet, sozusagen. Das ist echt praktisch. Mhm. Das war praktisch. Zwei große Waffen, bei ja. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hab's vom Showdown mit dabei, hier sind auch ein guten Bundescheid. Hallo. Hallo. Na, ich habe was zum Bluten und zum Explodieren. Ich habe auch was zum Bluten hier. Ich bin auch am Bluten. Wir sind alle am Bluten hier. Bam. Ist das kalt? Oh, wie schön die hier drin hängt. Da hinne. Da ist der hin, voice. Und Kürbis. Ach ja, stimmt, die gibt's auch noch. Keine Ahnung, aber ich habe zum Beispiel meine Vorteile. Gah. Na egal. Haben. Wollen wir zu Oro Oro? Du blutest noch. Da habe ich auch gerade gemerkt. Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist das eine ganze Zeit einer hier am Schmerzen haben. Ich lasse mich, ich habe mein OB vergessen. Entschuldigung, ist Ruhe. Ich muss wegen den Kopf gedrücken, sollte ich irgendeinen. Wer hat? Okay, höre ich gerade auch. Ich dachte, wenn er eitel ist. Irgendwo aus der Richtung. Komm, Mann. Hat nen Hit. Ist tot. Ist ja gut, wo? Hier auf dem Weg, irgendwo. Von rechts kommt noch einer. Da ist noch einer. Hat nen Hit. Hat einem einen Hit, ja. Cool, dass er überlebt. Nope. Das ist noch einer. Da ist noch einer. Der hat Stacheldraht oder irgendwas. Ne, der hat hier ein Dings. Habe ihn. Weil ich habe nur gehört, der will irgendwas ziehen. Aber der hat Dings gehabt. Der hat gerade geredet. Ja, okay. Der hat nen Säbel gehabt. Panik. Panik drücken. Panik. Der hat aber ganz viele Dollarzeichen in seinem Namen. 150 Dollar rausbekommen. Nice. Tja, hätte man mal das Pferd nicht aufgeschreckt, oder? Ich will euch gar nicht sagen, wie viel Geld ich jetzt schon wieder rausgezogen habe. Ich lasse es ein. Ich habe noch gar nichts. Ich habe 475 rausgezogen. Ich bin mal 375. Sind sich noch Geier oder so genommen? Ja, ja, ich habe Geierbeutel. Ah, okay. So. Dann schrecken die einfach hier die Fertigenufe. Und laufen direkt ins Verderben. Looms. Gehen wir dann gleich hier in die Mitte, weil... Ja. Die Mitte ist ja gleich hier oben. Aber schon zwei Punkte, oder? Ja. Die Mitte ist ja gleich hier oben. Ich habe nie einen Boss drin gesehen. Ist denn da überhaupt ein Boss drin? Das ist ja auch schon. Ist das möglich? Ich glaube schon. Hier ist eine Komma des Schreckens. Geil. Mit den geheimen P-Kellern? Mhm. Der geheimen P-Kellern. Damit es familienfreundlich bleibt. Wie ist das noch? Ist das noch ein Kürbis? Da war das noch irgendwie. War das der Pornokeller? War das nicht irgendwie? Wie ist denn der andere Teil da von der Ding-Synchro? Ja, Plastik-Pokal, ein Stein... Da hin und... Ähm... Ja. Irgendwie sowas. Ja. Irgendwie weiß ich genau nicht. Das sind zwei Kassen. Tausend. Ich habe zweimal 500 bekommen. Ja, ich kriege aus beiden Kassen nur 250 raus. Klar. Und 500. Ja, dann bin ich dann immer der 500, der nix rausbekommt, wo immer ein Kaugummi noch drin klebt. Wo einfach einen Mittelfinger drin klebt. Ja, ganz arm. Wirklich. Wo du am besten was reintust. Toll. Hier sind vier Hunde. Mein Gott. Alter, was ist mit dem Hund? Geht der mit dem Hund ab? Alter, was war mit dem Hund? Der hat aber so viel Kaffee gehabt. Mann, ich kann mich mal wieder heilen, ne? Der hatte zu viel Kaffee. Explosion. Oh, da ist es war eine Explosion. Da unten. Yo, ich sehe da auch einen. Alter, der Hund ging einfach auf. So viel Kaffee. Ich kann mich heilen da durch. Er hat so eine Reinung da. Nee. Nö. Der Boss ist hier. Der Boss ist hier. Der hat auch schon. Der hat auch schon. Der hat auch schon noch. Mist. Zombies. Hab ein. Hab ein. Oh, der wirft auch was. Ja, toll. Kannst du mich kurz aufheben? Ja, ich hab nur keine Spritzenball. Danke. Was? Ja, ich hab die... Wo denn? Ist der Oden? Der ist am Bluten. Was? Ich glaub mal, ich hab Laguna dich umgebracht. Nee, nee, nee. Alles gut. Oh, der ist auch tot. Ich glaub, es sind alle tot. Drück mal E, da siehst du ja auch. Danke. Ja, ist was. Ja. War's ja durch den Bus gestorben, der andere noch. Okay, ja. Hier liegt einer. Ja, sind drei Stück. Hier. Ich möchte gerne meine Waffe wieder haben. Danke. So. Wie. Wie? Wie? Wie ist der jetzt gelootet oder nicht? Also ich hab alle gelootet. Hier lag nur eine Necke. Loll? Wow. Cool, ich ähm... Hier brennt. Schön hier in der Ecke. Sehr gut. Noten ist special. Aua! Aua! Das ist doch gut! Oh nein, mein Balken! Leute! Mein Balken! Mein Balken! Mein Balken! Warum habt ihr mich denn jetzt angezündet? Warum wurde ich angeschlossen? Was passiert hier? Toll! Mein Balken! Was? Toll! Toll! So! Wow! Ein Balken, ein Balken! Wow! 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 Ja, siehst du ja! Wow! 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 Schlemmung! Oh! Da war ne Falle! Ach Quatsch! Was? Na guck mal, wo wir hier noch reinkommen können! Achso! Das war gerade sehr basslastig! Boah! 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 Ich hab 1750 in meiner Tasche! 2150! Hm! Fünf... Fünf Mark! Der Boss ist leicht gebinigt! Wo sind die anderen? Da unne! Die anderen sind beim Presten! Cool! Die App ist abgestürzt! Was ist abgestürzt? Oh! Manete! Meine Twitch App! Was manet ist? Das ist spanisch für... Das ist spanisch für Moneten! Das ist spanisch für Moneten! Ist das denn für... 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 Das ist ein ganz neues Lied! Ja! Ja! Man lässt nur einmal im Jahr! Oli! Oli! Uiuiui! Da fliegt einem der komplette Schlüpper weg! Okay, dann gehen wir runter! Lass mir die Musik für die anderen an! Wenn die hierher kommen! Was machst du? Du kannst ja die Musik für die anderen anlassen! Ja! Und da freuen die sich! Was? Warte! move on! Ein Konzern! Ein Konzern! Ein Konんだ! Guck mal, wir können zu den anderen, die kommen zu uns. Ach, wie schön. Mhm. Zwei Minuten später. Schade. Wären wir mal lieber rausgegangen. Naja. Mhm. Hallo. Hallo. Kann man sich da nicht den Balken irgendwo wiederholen? Was kann man? Den Balken wiederholen. Ja, den Balken kann man sich theoretisch wiederholen. Warte mal. Ja, ich hab noch, ich hab noch, ich hab, äh, das Geld und den Style. Was denn? Ich hab noch, ich hab, ich hab, ich hab noch drei, drei Dings. 3D. Ich kann uns da einen holen, ich spendiere das aus meinem Spendierhäuschen. So, ich kann da, ich kann auch holen. Ich hab aber drei, hast du auch drei? Okay, dann, ne, ich hab einen. Ich hab einen. Siehst du? Ich hab Spendierhäuschen. Okay, dann hol ich Punkte für uns. Uh. 50. So. Ja, die sind gleich bei uns. Momentan freust du dich noch. Ja, mir sind vier Schuss Segen geholt. Das hast du dir geholt. Den Vierschuss Segen. Die sind genau dort. Ich seh die noch nicht so gut, weil die... Ich kann sagen, da hat die einen Berg reingelaufen. Da sind Federmäuse geflogen. Mhm. Nee, die sind genau vor uns hier. Wir schießen doch. Ich. Ja, ich seh zwei. Einer ist so ein bisschen auf 115, der andere ist auch auf 165. Naja, die sind noch... Der ist unten runter. Ach, da ist er. Wirf Kappes. Hat'n Hit. Der ist dann weitergelaufen. Wow, mein Arsch. Äh, was? Na, ach noch. Was? Der ist ein bisschen weiter zurückgegangen. Mein Gott, ist doch gut mit dem... Der ist hier oben. Ja, einer hat'n Hit hier oben. Der ist da runter. Achtung. Fuck. Da oben auf dem Berg. Und der gibt mir direkt einen Headshot. Oh, was? Einmal getroffen. Ja, komm. Scheiße. Ja, da war auch noch was kassierend. Danke. Oh Gott. Ach so, ich gehöre auch von... Oh. Muss mich heil nehmen. Da. Fuck. Was? Ach ja, komm. Ja, sicher. Ja, da war rausgegangen. Ja, sei ja. Ja. Hast du dich voll verschluckt? Oh Gott, Marcel. Ach nein. Oh Mann. Oh Mann, der hat sich voll verschluckt. Ja, das ist fies. Ah, so. Ja, es ist dir passiert. Gibt's dir besser? Ja, super. Oh Gott. Na gut, ich hab jetzt nicht so viel Kohle verloren. Was? Ich auch nicht. Oh Gott. Erst mal, was? Ach so, warte mal, welchen Hintern nehme ich denn überhaupt? Die sind alle von Vorteil. Okay. Ah, nee, das will ich nicht. Ich hab's weggemacht. Ich hab's weggekommen. Uh. 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 so so schon mal ready gemacht, ihr könnt auch ready machen ich bin gleich wieder da wirklich? was sehe ich denn jetzt noch mal da unten ja, du bist die richtige Waffe wach wach ja 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 da 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 dann haben wir noch ne kleine Dings ja ich glaube das reicht hm 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 also ich kann auch ich kann aber ne Botti werfen zweimal ne drilling 190 Hand، oder? schön hm 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 also mittlerweile hat man aber relativ viele rucklein im spiel irgendwie grafikfehler teilweise auch irgendwie schon ein bisschen was meinst mit grafikfehler manchmal hängt das halt irgendwie schockt dann so mal kurz spaß oder sonst irgendwas keine ahnung ist manchmal dass die textur nicht so spät laden wenn ich was in der hand habe dann habe ich mal nix anhand erst mal oder so ja oder sowas ja okay okay ich bin wieder wieder herstellen ich muss auch mal rein laden ja funktioniert sehr gut also ich habe das schon zweimal gemacht ich auch nicht ja wenn wir alle das haben müssen wir alle auf no drücken oder wir müssen glaube ich so lange auf jetzt drücken bis da steht ja ne geht nicht wie jetzt zum beispiel erneut verbinden wir konnten dich nicht wieder mit dem server verbinden ja ich bin raus woher kommt noch reingestolpert was hast du denn da für ein skin marcel achso den gab es auch hier der war auch im angebot läuft ja richtig gut Ja, ich glaube, gerade heute wollen so viele da spielen. Mal gucken, ob ich sehe bei Steam, wie viele gerade online sind. Okay, bei Steam sind es gerade knapp 29.500. Okay. So, geht. Naja, gut, ist auch mitten in der Woche, ne? Naja, das stimmt. Ich denke mal, heute wäre Freitag. Jetzt ist es gerade auch wieder so komisch leckig. Ich habe meinen Mauszeiger auch hier. Hä? Cool, ich kann mit meinem Mauszeiger hier rumtippen im Spiel. Hä? Oh, nee. Was, oder? Kennst du das? Ekelhaft, sowas. Ja, aber ich habe den... Hä? Aber ich komme nicht rein. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich kenne das durch irgendwelche Anwendungen passiert das manchmal. Dann hast du die ganze Zeit den Mauszeiger in der Mitte, ne? Der wird dir die ganze Zeit angezeigt, oder? Ja, ja, aber den aus dem Spiel auch. Wie komme ich jetzt... Wie kriege ich das denn jetzt rein? Da musst du das Spiel neu starten, meistens. Ja, würde ich auch sagen. Ach, das so. Ja, dann lauf schon mal vor. Ich gebe mal irgendwo in die Ecke oder so, wenn ich da irgendwie hinkomme. Ich bleibe einfach hier stehen. Ja, gut. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Hier sind die Spawns wieder so nah auf der alten Map. Das ist das Tolle bei einer neuen Map. Da sind die Spawns nicht gleich so direkt. Ich kann auch schon Raben auf 195, 210. Ja. 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 Ist das irgendwo in der Hive? Ey, da wird ein Mord... Scheiße, ja. ...Motti auch gepullt. Okay, die wollen genau dahin. Ja. Da bellen Hunde. Mhm. Die haben die aber schlecht abgehangen. Nämlich das ein Kürbis. Ach. Ich sehe da gerade kein Kürbis drauf oder nicht auf dem Boden. Also zumindest war da eben ein Kürbis noch. Geht da ja weiter. Wahrscheinlich ist es mehr zu sein. So. Spannig. Raben. Mhm. Wie ist es doch? Wie ein Game. So, bin da. Uh. Bibi. Bibi. Danke. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und schau dir mit dabei. Hier sind wir im Mundragoon. Und schau dir. Hallo. So, nach ein paar technischen Schwierigkeiten geht's ja noch mal los. Ja, hab ich schon das Bounty geholt. Das Bounty oder ein mittlerer? Nee, hä? Nein, also nicht das Bounty, ich meine die nicht weiß. Ach so, die nicht weiß. Nein, waren da gerade welche, die auf dem Bounty und so gepullt haben. Die haben ja jetzt die... Interessieren die sich nicht. Die haben ja die neuen Tageszeiten wieder drin, also die alten. Hm. Ich muss ja erstmal hier durchkommen. Oder habt ihr den gepullt? Ich hab grad einen Morty gepullt bei mir, sonst hab ich nichts. Okay, dann war das, dann hab ich... Das hat man aber echt mal weggehalten. Na, der hat mich angeschrien, ja. Da ballern sie. Na, hier ist die Mitte, müssen mal aufpassen, wir sind ja auch hier in die Mitte gegangen. Ich geh mal eher davon aus, dass, äh... Da Richtung Ballerei... Na gut, da ist auf jeden Fall auch eine Flair hingeschmissen worden. Ist so komisch mit dem hellen da hinten auf einmal so. Blendet so. Blendet so. Die waren hier aber... Hier ist ne Kasse, leider haben wir keinen, ähm... Nöööö. Nöööö. Wollen wir uns ja merken. Hups, da war mein Ast. Hm. Oh, die haben das Ding auch schon mitgenommen. Okay, die einen sind nach oben. Wo sind... Wo sind... Wie ist da ungefähr, wo die hingelangen gegangen sind, die geballert haben? Alter. Was für das denn? Was für das denn? Ich auch. Ich bin oben durch das Fenster gesprungen, aber wahrscheinlich unten. Ach, das ist okay. Also hatten wir alle den Leck. Alter. Ey, ich bin immer noch am Lecken. Hallo. Ja, ich auch. Oben im Turm ist auch ne Kasse drin. Also hier oben. Weil wir zwei Punkte haben. Hm, okay. Ich springe oben durch das Fenster, aber immer stehe ich unten auf der Treppe. Wo ich sage, ey. Is that done? Hier sind Hunde im Käfig. Der wurde noch nicht genommen. Hä? Also sind die wahrscheinlich Slaughter oder Catfish? Ja, sehen wir ja gleich. Ich hatte gerade Schüsse. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, das soll ich entfallen, aber... Das sah nur so komisch aus. Ich glaube, ich habe noch Schüsse vorhin Richtung Slaughter gehört. Okay. Oh ja. Hier war auch noch keiner. Hier war auch noch keiner. Ah, Slaughter. Slaughter. Hol dir den Slaughter. Stimmt, die mussten die Hinweise ja gar nicht mitnehmen. Die haben ja das Hauptding in der Mitte mitgenommen. Die wussten ja instant, wo die Bosse sind. Ja. Ach echt? Mhm. Kannst du das Hauptding ja mitnehmen. Da kostet... Da kostet ein Punkt mal dann aber... Hier war keine Kasse an der Kutsche. Ey, das poppt denn jetzt bei mir hier auf? Hä? Oh stimmt, Kutsche. Ich muss auch noch ein Ding mitnehmen. Warte. Na, Discord hat sich ja irgendwo mal gemeldet. Hallo, ich bin auch noch da mitmachen. Hm. Oh, ich bin das gut. Warte. Warte. Oh, ich probier mal oben aus. Ich probier mal den oben packt. Warte. Auf geht's. Ja. Oh nein. Oh. Ich... Pfff. Pfff. Äh. Hier fliegt ein Käfer. Ich hab noch einen, ich hab' einen. Hab' ihn zermatscht. Oh, die haben da Bildze wieder größer gemacht von Marvin, schon. Da oben steht einer, auf dem links, auf dem Vorsprung da, ja perfekt, lol, jetzt kann ich den sehen. Cool. Ja, der blutet hier drin irgendwo. Oh, der ist hier unten, der rennt, der rennt hinten raus. Da ist er. Jetzt hat er mich erschossen. Das war Marvin. Habe ich. Nice. Sehr gut. Danke für den Paul. Ja, da musst du wegkriegen, weil ich hab' ja Blutungsmonie und das ist immer so nice und die dann bluten. Ich weiß nicht, ob der an einem Fenster ist. Oh, an welchem Fenster? Ja, an einem kleinen, weil da hat von auch einer raus geschossen, glaub' ich. Da hab' ich die Sicht halt gesehen. Wow. Oh ja, ich hab' den gesehen kurz. Der ist durch das Fenster reingesprungen. Ich hab' ne Falle entschärft. Ich hör' hier mal labern. Labern? Ich auch. Ich nicht. Die reden miteinander. Also ich hab' nur zwei Namen da gesehen. Hello. Fresh. Der hat Hey Hi gesagt. Hm. Wo ist er noch, Marvin? Ich hab' noch einen Marvin. Ich flieg' zu denen hin. Genau. Marvin. Hui. Jaaa. Von dort hat er geschossen. Ja, ich weiß. Der ist ja schon wieder rein, glaub' ich. Ich seh' den nicht mehr. Oh, hier draußen renn' einer. Die suchen mich schon. Alter! Wieso hat der denn so'n gutes Aim? Hinten raus, Alter. Jaja, hinten raus. Das ist der Kürbismann. Rechts neben mir. Oh Gott, der ist da. Wo ist der? Dort. Mhm. Mhm. Der hat ne Sparks. Der hat ne Sparks. Da kommt pushen, glaub' ich. Warte erst noch Mut, bis du voll bist. Ah! Der hat auch ne Sparks. Der ist immer noch der Kürbismann. Naja, der ist aber noch einer im Gebäude. So. 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 Hattest du den Stacheldraht auf mich? Wirklich? Die haben ne Stacheldrahtbombe. Die werfen da irgendwo raus. Pass auf. Da kommt's. Wo bist'n du da? Ja, rechts daneben. Da ist der mit der Sparks. Hallo. Was? Maaan. Na klar. Kopfschuss wieder. Alter. Ja. Komm, wir sind jetzt hier wieder raus. Die sind müde. Die sind müde. Die sind müde. Ich fand' ich mir eine Gruppe drin. Äh. Ach nee. Da Müsst ihr mich einladen, mein Kurs. Ich hab keine Elite. Das muss dann Ragun machen. So. Ich brauche Elite. Kann ich aber nicht. Sehr gut. Also, könnte ich schon. Man will's nicht. Könnte ich schon. Hä? Was denn denn? So, sag das doch. Ich dachte, sag das doch. Ach so. Ich dachte, das ist verbuggt. Das... Und das. So. Ach so, natürlich hat er wieder so miteinander. Aber 1388 Dollar. Belohnung. Moniten. Moniten. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist bester. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Aber 1388 Dollar. Ich glaube, dass es so. agar. So. Hmm. Look at this. Was hat das denn für den Sound? Was denn? Hat irgendwas geklimpert. Moneten. Moneten. Ach man, ich kann schon wieder dieses Reward nicht sehen. Hä? Ich komme nicht raus mehr. Ach, jetzt? Okay, hat nur ein bisschen geleckt. Ja, ich war, ich kam aus dem Manta-Menü nicht mehr raus. Ich finde den Rotkäppchenskin so schön. Das stimmt. Sieht man den Anti auch in jedem Shit? Ja. Biene. Biene. Bei mir steht, be happy. Toll. Axel Lottl, very pock. Very pock. Also, du siehst die nicht? Nö. Okay. Also, ich sehe die. Ich kann sagen, ich sehe sie. Ja gut. Jetzt sehe ich das. Ja, da sind ja auch keine Seven-TV-Dinger. Ich sehe das. Was ist denn das für ein E-Mode? Ist aus wie Jay oder sowas. Ist auch Jay. Nein, was ich da geschickt habe. So. Ach so. Keine Ahnung, was du da schickst. Ich schick's doch doch. Du musst ja wissen, was du schickst. Ist das von irgendjemandem? Hey. Hallo. 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 Ab, 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 geschlappert hier. Boah, boah. Sieht aus. Das ist ja eklig. Das ist ja eklig. Das ist ja eklig. Hau, boah. Ja, aber eine Schlange ist das ja auch ... Weiß ich nicht, was ist das anderes? Ich bin auch eine Schlange. Ja, ja. Ich bin eine Schlange. Ich bin eine Schlange. Zum, zum, zum. Ich habe Süßel gemacht. Mach sie besser. Sum, Sum, Sum. Ich bin eine Schlange. Sum, 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 Sum. Ich bin eine Bien. Sum, Sum. Ich bin aber nur verarscht. Nicht mehr als sonst. Sum, Sum, Sum. Sum, Sum. Ich bin eine Schlange. Sum, Sum. Vorhin, da. Marcel, ich kann jetzt übrigens, kann ich mal jetzt hier ein Beispiel nennen, warum Marcel mich auch ab und an ärgert. Was? Dann habe ich vorhin, bevor der Stream und so, bevor wir uns ermütet haben, habe ich halt gesungen und dann meinte er, ob ich bitte aufhören kann. Dann habe ich gesagt, wieso? Das ist doch noch gar nicht live. Dann meinte er so, aber ich kann es hören. Was denn? Ja, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich war so abgelenkt. Ich wusste nicht, ob das jetzt mal Spotify ist oder ob da noch ein TS kommt. Ja, genau. Da war kein Unterschied zu. Ich wusste es nicht. Höre ich jetzt Helene Fischer bei Spotify? Wenn du unbedingt atemlos manchmal singen willst, dann ist ja gut. Hab ich überhaupt nicht gesungen. Ja, jetzt wieder. Kannst du ruhig sagen? Sag mal. Mal. Hau dich gleich. Der Boss ist hier. Spinni. Marcel. Spinni. So. Spinni. Oh was? Was denn? Oh. Hä? Was denn? Du hast es... Hä? Ich habe dich geslappt. Ich erhebe mich nicht. Doch, du bist Rotkäppchen. Oh süß. Spinni hat wieder Socken an. Ja, das ist doch kalt. Spinni hat wieder Socken an. Spinni hat wieder Socken an. Todes Lied. Ja, mach dir mal. Spinni hat wieder Socken an. Elfer. Spinni hat wieder Socken an. Das ist ein Halloween-Eventer-Weihnachts-Event. Spinni hat wieder Socken an. Sicher? Ja, manchmal auch nicht. So, und ihr habt euch nochmal gefragt, warum ich gesagt habe, ich höre das mit dem Singen? Oh, das ist also gemein. Spinni hat wieder Socken an. Und wenn sie ihre Socken hat. Ah, 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 ah. Und schon mal ein kreatives Lied. Ah, 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 aus. Da. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ich kann dann auch lange Strecken. Ah, 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 ah. Ah. Aua, da war alles weh. Ei, 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 ei. Ah, ah, ah. Ja, genau da war das. Hat jemand gerade einen Zombie zerschlagen? Nein, ich bin hier oben zu fallen. Na, Gun, du? Nein, der sitzt hier oben in der Ecke. Nein, da ist tausend jemand. Auf 135. Na, cool, ich suche gerade fallen. Oh, mein Gottes. Was? Wo denn? Ich dachte gerade, der war hier vor mir. Ich bin hier gerade am Fallen setzen. Ja, mach die so viele Fallen auf einmal hier. Wir haben überall noch Platz, wo keine sind. Ah ja, ganz weit weg. Ich habe noch zwei Fallen. Ja, hier. Und hier oben halt. Ich habe noch eine. Dann hier. Er kann dich ja nichts dafür, wenn du keine mitnimmst. Du hast gesagt, ich darf keine mitnehmen. Uh, ich sterbe hier bei einer Falle. Ne, nicht sterben. Du wirst sie setzen. Geht nicht. Wollte nicht setzen. Ich bin angeschossen. Tschüss. Aua. Achte, ich flieg mal, ich flieg mal mit Marvin hin. Was ist das denn hier für ein komischer... Hä? Uh. Ist das krummisch? Ach, die Grafik ist irgendwie... komisch gerade. Ja. Die rennen hier zu uns. Sag, die dürfen nicht. Ich sehe nicht. Das sieht bei mir gerade aus wie so eine Comic-Grafik irgendwie. So, ich habe mal irgendwie versucht, die Falle dahin zu machen. Nö. Ich hoffe, die machen jetzt nicht weg. Lalalalalala. Da haben wir geschossen. Lalalalalala. Hier wird einfach geschossen. Jaaaa. Was ist denn hier oben drauf? Oh. Von da hinten, wo die Holzblinger sind. Ah, da unten rennt jemand. Da unten, unten im Matsch. Jetzt nicht, jetzt nicht vorne raus gucken. Da rennt jemand im Matsch. Ich spreng gleich einfach Marvin bei... Da ist jemand, der guckt immer noch da. Also nicht vorne am Fenster gucken. Ah, jetzt rennt er gerade ein bisschen weg. Da guckt jemand am Fenster. Lalalalalala. Der gibt jetzt die Leiter hoch. Der gibt jetzt die Leiter. Der gibt Moon gleich einen Headshot. Warte. Guckt hier. Ist direkt hier unten. Oh, der wirft an der Kap. Der ist ja unten. Angeworfen. Der ist ja unten an der Türe. Eine Schiebetüre. Jetzt macht er die auf. Ist auf dem King. Aua, ich wird gepunst. Wollen? Ist sie tot? Ja, ist tot. Sehr gut. Wo liegt die? Damit vorher nicht der David aufgestellt wird. Boah, da ist einer auf 105 bei dem Holz. Äh, hier. Warte. Achter. Warte, ich heim mich. Ich tue sie auch mal. Ich komm runter. Ah, ich bleibe mal kurz in Halssprutze ran. Hier ist irgendwie jemand. Und macht gleich die Tür hier, glaub ich, auf. Mit einer Heilung brauchst du das bescheuert. Hallo? Ich hab tausend Dollar gegeben. I need help. Brauchst du Heilung? Ich hab, nein, ich hab grad mit denen gesprochen. Oh. Oh, ich hör dich. Oh Gott, das ist einfach alles bescheuert. Okay, die stehen direkt hier hinter. Dahinter sind direkt zwei Stück. Ja, und hier oben auch. Der hat mit einer Micky-Maus-Stimme gesagt so. Äh. Also, wo bist du halt? Wo kommst du halt her? Hä? Hä? Meister. Man, ich seh niemanden. Leg sicher. Wieso stirbst du? Pass auf, wenn du da oben stehst, dann können die dich sehen. Oh. Danke. Hab ich auch grad gesehen. Sind die denn jetzt? Rundherum hier. Also, zwei sind auf 240, 275. Und einer ist, äh, irgendwo... Ach, da. Auf 70 Meter. Aua. Ey, ich bin immer noch am Wiederbeleben. Das lass ich mir jetzt nicht nehmen. Aufpassen, bin ich da irgendwo erschossen. Das lass ich mir jetzt nicht nehmen. Ich guck mal kurz. Ich lebe nicht, ich benebe weiter. Der ist auf 135 da hinten. Okay, ja. Boah, toll. Der Kapp ist hier rein. Die Tür geht auf. Da war ich. Das kann doch, wenn nicht, einfach nicht wahr sein. Wie kannst du mir jedes Mal einen Headshot geben? Ich treff den nicht mal so. Oh Gott, der wirft's. Wieso ist denn da die Tür auf? Ich glaub, die wurde aufgesprengt gerade. Hier? Ja, die ist, ach so. Ja, die ist, ach so. Paragoon. Oh mein Gott. Schön. Danke. Oh mein Gott. Heißt du da deinen Springbolzen hinten? Nee. Pfeil. Nein! Pfeil! Habe ich? Ich weiß nicht, ob da noch irgendwann lebt. Also es liegen noch beide da. Ich guck gleich. Also beide liegen noch da. Ja. Ja, es lebt nur noch einmal auf 90 da ganz weit hinten, der da den Gebüschen pimmelt. Wer hat's denn im Gebüsch? Ja, der im Gebüsch sitzt. So. Der da kommt? Hier läuft was! Ja. Auf 60? Ja, der ist ja. Der ist unten auf dem Fußboden. Oh. Da sind Fallen. Ja, habe ich gemerkt. Der Balken ist weg. Tschüss! Der ist genau dahinter. Ja. Habe ich. Ist tot? Ähm? Nein! Aber nur noch der, ne? Ich guck nochmal. Ich glaub schon. Ich guck mal. Ja. Ich seh niemanden. Ey, wir können uns jetzt die Kutsche, äh die Kasse und so holen. Wo haben wir denn ne Kasse? In der Mitte. Und da war doch das Häuschen. War das die Runde? War das nicht die davor? War das nicht die davor? Ich weiß es nicht. War das die davor? Ich dachte, sie wär die davor? Ich weiß das nicht mehr. Wo liegen denn die anderen, die getötet wurden? Ich weiß nicht. Ich hab kein Witness. Ich hab auch kein Witness. Mit dem Insta-Rest ist schon nett. Da wo Ragoon grad gelegen hat. Pfum! Drecklo! Ja, das ist schon krass. Ja. So, die banischen grad unten noch. Ja, dann lass doch mal in die Mitte. Dann können wir uns vielleicht mal vollheilen wieder. Weil ich hab nur noch 50 AP. Ich hab, äh, mir fehlt ein Balken. Da fehlt alle. Hier ist, äh, Dings. Moneten. Kürbis. Oh, wieder Ausdauer. Nochmal Ausdauer. Ich hab keine Ausdauer. Ich hab vier Minuten Ausdauer. Ich hab zehn Minuten. Zehn? Oh, was gibt's denn hier? Was ist das denn? Schatten? Wer stattern? Oh, Schatten, das ist gut. Dann sehen die Zombies uns nicht mehr. Warte. Was macht der leichtfüßig? Äh, damit rennst du schneller. Wenn du schleichst. Und irgendwie sowas. Und, ja, kannst du mitnehmen. Fand ich, da war einer der Schwächsten. Ich nehm wieder den, wo ich zwei Sachen mitnehmen kann. Wo ist denn, äh, der Trait? Shadow, ach da. Ja, würd ich sagen, rennen wir erstmal in die Mitte. Dann gucken wir mal, ob die jetzt einfach abhauen nach unten. Ja, ich glaub, die rennen, die rennen schon los. Ach, warum rennen die denn raus? Oh, das ist doch langsam. So, weil da unten nix ist. So, jetzt soll ich auch mitsingen. Gingen wir schon selber auf den Keks. Jetzt haben wir schon auf. Habt ihr das auch, dass ihr euch manchmal selber auf den Keks gehen könnt? Nö. Hm. Sind du, glaub ich, jetzt wird's da beendet. Da tut weh. Das ist cool. Man kann, äh, verbinden und sprinten. Stimmt, genau. Genau, das kannst du jetzt auch zusammenrichten. Da kannst du die ganzen Sachen benutzen und dabei sprinten. Oh, hier ist nochmal Relentless. Für nen Punkt. War das nicht früher mal so nen Energy Drink? Kann auch sein. Aber ich nehm... Ach so. Ich nehm erstmal... Ich nehm die beiden Kassen nur. Oder bitte ich. Ja, weil Relentless nehm ich später mit. Will die beiden Kassen haben. Doch, ich hab 250 jeweils nur bekommen. 500. Boah, 750 und 500. 250. Habt ihr noch nen Punkt übrig? Ja. Ne, ich hab keinen Punkt mehr. Nö. Nein, da ist noch ne Kasse. Hm. Und hier ist nochmal Shadow. Haben wir schon. Scheiße. Das ist ja alles der Körperverletzung hier. Wo gehen wir denn jetzt raus? Ich würd sagen, da wo die auch rausgehangen sind. Hm. Da ist noch mal ne Kutsche. Geil. Da waren wir doch geraten. Nee, da waren wir grad nicht. Ist das denn irgendwo ne HALF gewesen? Hier haben wir ne HALF hier rumgeschreien. Ach, deine Hände. Ja, komm zusammen. Hochgeschwindigkeit. Ja, die nehmen wir sonst. Wir nehmen sonst. Wir nehmen sonst niemand mit. Da liegt ja auch noch ne HALF. Hier drum ist auch Shadow. Ja. Ist das wieder? Ach, hier ist aber auch noch ne Kasse. Aber keine Punkte. Nein. Alter, wo ist die Bitrate? Hallo Bitrate. Die ist im Keller. Genau. Ja, das ist wirklich im Keller. Dass hier kommen wird. Ja, trotzdem krass, ey. Ich komm manchmal auch nur knapp so um die auf die 90 FPS, ey. Das ist. Das ist. Ja, ja. Das ist. 86, 85. Hier liegt niemand. Ich dachte ja. Manchmal liegen die da ja beim Eingang. Ich schiefe das noch, komm ich auch nicht höher hier. Hm. Was meint ihr? Ich hab ja auch nur 80 FPS, 140, 80. Die da drin ist. Ich hab äh bis. Ich hab von 88 bis 100 FPS. Hm. Ja, viel mehr als 100 krieg ich auch nicht. Je nachdem wo. Ich kann ja auch nur über GeForce Now spielen. Das ist es, Leute. Jetzt haben wir da seit dem Engine, äh, Engine Upgrade, oder? Ja, ja. Sonst hab ich, sonst hab ich nur noch so 13 bis 17 FPS. Auch auf niedrig? Ja, ja. Da kommt er gar nicht mehr hinterher. Ohne Stream. Da hab ich noch nicht probiert mit Stream. Ich glaub, dann kommt er einfach raus und verhaut mich. Ja, ist einfach übel. Ich hab keine Ahnung, was die da gezaubert haben. Ah ja, die haben da wieder irgend so ein Voodoo gemacht und dann... ja. Ja, hat was für Spaß beim Boot. Aufpassen. Wasser, Spaß, beim Boot. Warte wo? Ach da. Wollte den grad anzünden Jo Oh Jo 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 Oh Was Jo Ähm Da lala Ich hatte doch nur 50 Opfer Oh Das hab ich vergessen Hier Wir waren fast draußen Ich bin auch da schnell Mir geht's so Nimm mit Daran hab ich jetzt nicht gedacht Aua Macht auf jeden Fall schaden Dezent Oh Oh man Mir hörst du He says what He can't solve So, was hat man einen Kill? Er hat noch mehr oder was? Er hat drei. Er hat drei. Ey, wie viel ältest du? Drei. Ich wollte, wie viel hatten wir insgesamt? Vier. Schön. Ja, falls ihr gefunden habt, wird das gar nicht. Abo löcke ich natürlich. Vergesst morgen um 13.00 Uhr wieder einschalten. Tschüss. Tschüss. Hallo. 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 Gibt es eigentlich keinen MMR mehr? Ja doch, aber irgendwo bei zwei waren wir die ganze Zeit. Was sieht man das denn? Ich weiß es nicht. Du musst da irgendein Ritual abhalten, dann sieht man das irgendwo wieder. Frag mich aber nicht sowas schweres. Irgendwo kann man das sehen. Achso, wir sind alle auf drei. Ach echt? Letztens waren wir alle immer auf zwei. Ich habe gerade in die Teamdetails geguckt. Mit G. Mit G? Und dann? Dann habe ich unser Team einfach angeguckt. Und dann? Hä? Und dann? Also ich bin in der Lobby und drücke G. Dann komme ich in die Teamdetails und dann sehe ich, dass der dann sich gut... Noll! Jetzt öffnet sich ein anderes Fenster, wenn ich G drücke. Gerade ging ein anderes Fenster auf, weil ich G gedrückt habe. Achso. Achso, das ist auch so ein Wendem-Faktor. Je nachdem, wann du G drückst wohl. Ah, ja. Cool. Achso, warte mal. Ich muss meine HP-Bike mal wiederholen. Die verschwinden ja mittlerweile immer so... Hier kannst du... Ich habe Gucke. Ich mache ja gar nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ah, wie ein Feuer ist. Habt ihr aber Witness? Ja. Nein. Okay, schon. Das passt ja vom Dings. Ach so, warte mal. Welchen Dings haben wir da? Ach ja, schon habe ich das Quartal mitgenommen. Dann kann ich den ja hier lassen. Ach so, kann man den hier auch nehmen. Ach so, kann man den Body werfen? 151 Dollar, geil. Ja, schön. Jetzt ist die App schon abgeschminkt, die ist aber eine Scheiße, die Twitch App. Ah, jetzt geht's so. So. Mm-hmm. Gott. ich habe mich gestrickt ich habe das heute irgendwie mit meinem mittelfinger von der rechten hand dass ich andauer mit dem über über knicke ich weiß nicht was mit dem ist zum zweiten mal hallo hallo und der boss ist auch irgendwo der extra boss Auf 30, also Richtung Nordosten. Ach Scheiße, ich habe nichts zum Schlagen mit. Nur mal eine Waffe. Ja. Das ist nicht so wild. Guck mal hin, da jetzt hin, ich glaube dann schon, ne? Was ist das denn? Was? Was ist das denn hier, Vincent? Ganz komischer Sound gerade. Ich habe gerade einen Kürbis zerquetscht. Nee, hier kommt was ganz komisches aus dem Ding hier raus. Warte mal, ich komme mal. Warte, ich komme mal hin. Oder was ist das? Aus Star Station gibt es auch so ein Ding, da kommt so ein komischer Sound raus. Also manchmal nur, das ist jetzt nicht permanent. Ach so, ja, habe ich gerade gehört, das ist durch die Ohre. Ja, irgendwas ist das. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist bei Star Station auch. Da ist auch so ein Teil, was so komische Sound macht. Da jetzt schon wieder. Ja. Wie so ein Gluck an der, ich habe keine Ahnung. Ja, wenn da irgendwas durch die Ohre geht. Weiß ich nicht. Ich glaube da ist ein Monster drin. Aber ich glaube aktiv gefördert wird nichts mehr. Nur Schmerz und Leid. Oh, so unendlicher Leid. Natürlich habe ich mir jetzt wehgetan. Oh, Schmerz. Ist das ein Hive? Aha. Ja. Alter, ich bin erschrocken. Aber das ist ja nur ein... Kürbis. Kürben. Aua. Kürben. Aua. Kürben. Kürben. Oha. Hier ist Heilung. Oh. Schön. Der Boss ist hier. Der Boss ist hier. Der... Ja, dann... Wenn er jetzt noch gut... Wenn er jetzt noch gut Muni hat, dann weiter mit. Oh Gott, der Kleine, ja. Komm. Waaah. Das hat noch ein bisschen länger gedauert, weil ich mit meiner... Ich weiß nicht, ob ich von weiter weg was gehört habe. Okay, ich bin jetzt so, ich denke ich. Ich bin nicht mehr schon raus, das zählt nicht mehr. Dingi! Nur ohne Nudel. Da ist noch weiß. Ganz schön stabil. Es war noch weiß. Joa. Es war noch weiß. Ich weiß. Was für ein Scheiß. Es war noch weiß. Aha. Was ist denn hier oben? Okay, ich will doch. Ist hier? Aha. Hui. Ist hier aber auch hart verwinkelt alles. Ach man. Hallo. Na komm rein, ich mach ja gerade eine Falle. Ach so. Da kommt mir alles so bekannt vor, ich weiß nicht. Es verfolgt mich überall. Wieso? Ach so. Was meinst du damit? Ja, ich glaube ich weiß was du meinst. Was meinst du damit Marcel? Damit der Metall und Schmelzen und alles. Hunde wurden gepullt. 180. So viel? So viel? Oh, gar Fenster zu machen. Da hinten. Wo ist das nicht gegenschießen? Das Brandmuni. Wo ist das nicht gegenschießen? Das Brandmuni. Was macht das denn für einen Sinn? Werfen was? Doch, das möchte ich nicht. Alter. Wie viele Eingänge gibt's denn hier? Bounty. Schön. Ein Bounty liegt noch. Schön. Ich hab noch einen. Wo denn? Da unten. Okay, da ist wohl noch jemand näher dran. Das ist 13 Meter irgendwo jemand. Gut. Da ist ne Treppe. Scheiße. Habe ich einen? Ich hab auch einen. Ich hab auch einen. Ich hab auch einen. Scheiße. Alles gut. Danke. Du hast mir grad mal ein paar zweiten Balken weggemacht. Äh, zwei auf 90 und einen auf 150. Drei sind da ja. Auf 150, Alter. Mhm. Kann mir nicht löschen. Zum Looten. Das wird dann noch? Was? Ja, der brennt immer noch. Naja. Hä? Hä? Ähm. Ähm. Ja. Natürlich gibt's immer den. Ähm. Das ist der Name. Dieser Name von diesem Typen. Auch wieder, ey. Meine Fresse. Was? Das ist ja noch mehr. ja da kommen noch ein paar dann habe ich getroffen es sind drei da ist einer und auf 115 2 ja und jetzt eine tür auch weil ihr von rechts oder auch noch weiter auch mann ich dachte die werden alle nur so auf 150 da sind noch ein paar ich soll ich mich holen weiß ich nicht dass irgendwo einer mit einer schotty da draußen eine wand irgendwo wir sind bei ihm bei mir ich bin wieder hinter der mauer verschwunden da sieht man manchmal im kopf ich weiß nicht wie sehr ich weiß nicht wie sehr das verschwindet ist mich wieder zu holen kommt davon wo du hin rein ist du bist mitten im nebel willst du mich verarschen ja der trifft nicht schlecht ich hab den nicht gesehen mal Marcel du kriegst mich weg du stehst jetzt auf was denkt ein bisschen ab aber in sehr gut wären mann ja danke okay der bärenmann liegt davor vor der eisentür unten ja ich wollte ich schnell hier ist jemand dritten mach keinen scheiß nein wie ich soll keinen scheiß machen ich war schon tot ja mach keinen scheiß ich hatte noch eine sekunde da wäre er wieder hoch gekommen ich habe vorher gesagt bei uns hat jemand die falle entschärft ich weiß natürlich kommen die halt dann rein ja mach doch keinen scheiß ich weiß nicht ich weiß nicht doch doof 51 irgendwie habe ich meine waffen noch nicht gefunden ich weiß nicht was nehme ich denn was nehme ich denn das stimmt ich weiß nicht was tung ich weiß nicht wenn sie was was wir haben uns we juste Warte her, das macht nicht wirklich Sinn. Noch irgendwas? Das wird auch gehen. Ja, mal oder so. Ich nehme mal zwei von diesen Dark Dynamics Stacheln mit. Die kosten 200 Stück, ne? Ich habe irgendwie noch vier Stück in meiner Tasche. Ja, das sind so Claymos, die kannst du pflanzen irgendwo und dann kannst du die auslösen mit E-Sicht. Oh. Das ist jetzt auch in dem Battle Passage drin. Cool, ich kriege wieder nichts aus meinem Bottich. Ah, ich habe jetzt wieder was bekommen. 60 Blood Bounce. Na klar. Äh, ablegen. Hä? Weg? Nein. Doch. Reduzieren. So. Äh. 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 Was brauche ich jetzt noch? Heilung. Heilung. Nee, Heilung habe ich schon. Es fehlt der noch. Gift. Ja, mein Gott. Ich weiß ja, was du mitnimmst. Wenn du auf Morty triffst, kannst du aber nicht viel machen, oder? Weiß warum. Du hast da nichts zu stumpf oder so. Ja doch. Du kannst Kolben fressen. Ach so, ja gut, da geht auch. Kolbenfresser. Ja. Ich erschlucke ihn. Das geht auch. Du bittest ihn zu gehen. Bitte geh einfach. Bitte gehen sie. Geh mit Gott, aber geh. 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 Ich habe mich gerade nur gewundert, warum alles so stockgeläuft eigentlich. Also auch die Anzeigen, die Regler, die Emotionen, ist alles so ein bisschen ruckelartig. Ist mir voll gar nichts aufgefallen. Und was ich da mir gerade noch dran gedacht habe, den V-Ramm mal ein bisschen runter zu enttrennen mit der Hand. Okay. Hä? Hand, Hand belegt zu viel? Ich hatte ihm 90 gesagt. 90% soll doch mal nicht gehen. Du brauchst doch nicht zu viel. Habe ich aber gerade gesehen. Okay. Ja, hier ist es 50er. Ja, krass. Was ist das denn? Was ist das denn für ein bisschen? Was ist das denn? Bing Boo Bones. Cool. Na, sehr toll. Schön, dass du ein Schildsatz und Schilder mit dabei sind am Unrag und Schild. Hallo. 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 Ich komme nicht, guck mal. Renne ich gerade aus. Dann möchte ich das nicht. Na, wieder zurück in alte Gefilde. Gefilde. Das sind neue Gefilde. Das ist die neue Mä. Ja, wie ich meine. Das Ding da. Ach so. Die Hilde-Gefilde. Das ist jetzt gut. Bitte, Hilde, in Schilder. Grizzly. Grizzly. Geben die Hives eigentlich auch wieder Punkte, wenn man die haut, oder nicht? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Gut, dafür gelingen. Ich habe ja nur nicht drauf geachtet. Die Kürbischäder rum. Naja. Mord, ich gebe da mal zwei Punkte. Stimmt. Dann müsste ich die Hive doch noch mal geben. War ich eine spezielle? Mordi. Ja. Der sich freut doch noch von Zungen. Wie weh jetzt auch hin? Ja, jetzt soll grisst du nicht. Ach so. Grizzly. Oh. Mä. Pst. Pst. Ich muss noch einen neuen Hinweis mitnehmen. Ich hole den Hinweis. Ich guck mal, ob die Hive Punkte gibt. Naja. Hm. Dann unten zu... Ach, naja, okay. Ich wollte gerade sagen, gehen wir jetzt so durch voll. Äh, dead full. Aber vielleicht haben sie das mit dem Mordi auch nur gemacht, weil der ja so ein bisschen aussieht wie so ein brennender Kürbis. Ja. Genau davor. Nee, der gibt wirklich keine Punkte. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ob mal jemand angeschossen. Ja, aber dafür gibt es halt dann die Kürbisse, die so da rumstehen. Keine Ahnung. Special. Special. Hallo. Triple. Move. 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 Ha. fiction. Ja. Ja. Da. Ja. Ja. Da. 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 Was ist denn? Vergehst du euren Pakt nicht? Hm? Häusen amont Pakt Äh, Pakt stimmt, ich wollte Omen Quarter bringt mir nix, wie viele Leute wiederbeleben hier Kübis Wie, du willst Leute wiederbeleben mit Omen? Nee, mit meiner Halsspritze Deswegen bringt mir der andere Pakt nix, wo ich dann Quarter mitnehmen kann Weil Das ist nur ein Handding Raben noch Was, wo? Richtung Osten Okay Irgendwo aus der Richtung dahinter Ja, ja, die Raben fliegen da hoch, die kommen in unsere Richtung und die Hunde bellen Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen mehr verstecken Ja, ich glaube, dahinter habe ich gerade jemanden gesehen Ja 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 Ich habe Da Naja, ich sehe auch nur einen gerade Aber die Hunde bellen da hinten aber auch immer noch Scheiße Habe ich den? Der ist dort, ja Ja Ja, da oben Äh, da Da schießt noch wer Da ist wer Da Ich kann auch der in Fernsehen nix machen Ich habe nur ne Schotti Oh, bei mir kommt noch einer an Ah, das ist ein Zombie Scheiße Mir kommt noch irgendwo einer an Da außen, da aus dem Wald Aua Hab den einmal getroffen Wenn einer Heilung braucht, sagt Bescheid Der ist hinterm Baum Ich habe noch eine Da hier vorne ist noch einer tot Ist tot? Ist tot Ja, aber da war noch einer, glaube ich Ich habe hier ja noch einen Hier auch noch einen Achso Das sind ja drei Achso, ich habe schon drei, okay Nice Ja, der eine oben auf dem Berg Warte mal, wo ist denn Ich habe keinen Witness Ball dabei Ich auch nicht Äh, die liegen relativ nah beieinander Ja Ach, Mann ey Das ist ja Warte, hier ist keiner Hier liegt ja Oh, der hat auch Heilung bei Also wenn einer Heilung will Zum Hallen Ach, und hier liegt noch jemand Ja, genau Großes Dynamitbindel So 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 So, da waren jetzt Woher, wo rennen die jetzt denn? Ach, sie gehen unten zum Ausgang Drei Ja, ich habe den dritten noch nicht gefunden Da oben auf dem Berg liegt oder einer? Achso, da war ich noch nicht Ja, okay Dann rennt schon mal vordern, wenn ihr den habt Ich habe den noch nicht Ach, hier ist er Geil, wir müssen direkt zum Ausgang durch Oh, ich habe 100 Dollar bekommen Was ist denn für eine Waffe bei Ragun? Ja, die sind schon da Äh, Mosin Ah, Mosin ist geil Das war aber gerade nur ein Glücksschuss Dass ich den ersten direkten Handy verpasst habe Aus der Entfernung Oh Da kommen wir nicht hin Ich muss einen Du musst einen töten Dann kommen die nicht raus Ich renne Ich opfere mich Ich renne Ich renne Ich blockiert Ich habe es gerade auch blockiert Scheiße Egal Dann soll sie rausgehen Schau mal nach Ja, die müssen halt nur wieder 30 Sekunden warten Fuck Schön Nein Da ist denn raus Oh, nee Die Die Denkst du Hat nicht Genug Schaden gemacht Ja Ah, da Dann gehen wir auch direkt, oder? Ja Ja Ja, aber die haben keinen Ausgang Ach so Von mir aus gehen wir auch da rum rein Ja, okay Ich habe noch keine Ausdauerspritze mehr Ich auch nicht Ich auch nicht Oh, scheiße Oh, scheiße Ja, in der Mitte Alles Was, hey, ich habe eine Heilspritze rein Alles gut Hast du eine Heilung direkt bekommen? Ja, aber ich habe mir eine Heilspritze reingepfiffen Und ich würde mich interessieren, ob die Blutung davon auch aufhört, wenn ich drauf schieße Nö Hm Ich habe trotzdem Blutung Ich habe schon alles gut Wir sind mal gespannt, ob die anderen jetzt an Räumen vergehen. Aber die haben halt keinen Ausgang, die müssen halt erst mal raus. Und die haben halt die Ausgänge, die sind bei uns alle auf der Seite. Also... Oh! Mann! Da ist noch ein Morty. Hier ist Shadow für einen Punkt. Hab ich mir mal genommen, aber den einen Punkt benutze ich für Cassie. Die rennen nach oben, wie es aussieht irgendwie. Oh, 750. Okay, hier liegt noch Remedierung. Okay, unsichtbare Wand, danke. Rechte Punkte. Okay, die rennen weiter. Okay. Okay. Vielen Dank. Wo sind die denn? Direkt vor mir. Hier schon mal? Oh, schon mal. Ich habe keine Ausdauer. Oh, Mist. Wie sind die denn? Hey. Da oben irgendwo. Es passiert was bei Moon. Oh, Gott. Na, wie geht's euch? Vielen Dank für den Stream. Vielen, vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Hallo. Haltet ihr einen schönen Ring? Ich hoffe, ihr hattet einen sehr schönen Ring. Bis wohin seid ihr gekommen? Ich komme hinterher. Oh nein. Auf. Ja, war's doch Spaß. Das machen Sachen. Wir spielen Handschuhlauen, aber what's the rate? Ist wo unser Ding gekommen? Ich bin neugierig. Suchen gerade hinter den Leuten hinterher zu rennen, die zum Ausgang wollen. Alter. Ist Queen? Ich bin neugierig, Queen. Nacht Intermission. Cool. Also, schön schon im Ausgang. Also, machen wir morgen Queen. Freu mich. Oh, hier kommt man nirgends wohin. Äh. Wir brauchen einen Kill. Ah, die sind so weit weg. Komm mir nicht drüber. Ich packe hier einfach fest. Cool. Ach. Man, hätten wir... Ich muss wieder in der Ausdauerstimme mitnehmen. Ich muss wieder zwei Ausdauersprinzen mitnehmen. Ganz zu Dynamit können sie behalten. Ja, brauche ich nicht. Ja, vielleicht. Manchmal hat man das so, ne? Manchmal hat man so Tage, wo man so ein bisschen ruhiger ist. Aber... Ich freu mich auf morgen. Morgen bin ich auch wieder dabei. Es ist heute... Neues Update von Hand. Und immer wenn neue Updates oder Events sind, dann streamen wir das. Und genau heute ist das neue Update und... Das Event rausgekommen. Und da muss es gespielt werden. Ne, der hat sich den Zahn ziehen lassen. Uuuh. Ja gut, da mag man auch nicht so wirklich gerne reden, ne? So was ist auch nicht so... Nicht so schön. Da hat man ja wenig Lust drauf. Ja. Na, und sonst geht's dir gut? Ist denn ohne sonst eigentlich irgendwas noch passiert? Nö. Ja, außer der eine Fight. Okay. Das ist jetzt nichts Spannendes. Nur, dass ich jetzt wieder festgestellt habe, dass ich mir ne Gift... Äh, ne Giftspritze, ja. Dass ich mir jetzt ne Ausdauerspritze wieder mitnehme, ey. Ne kleine mit oder ne große? Nehmen wir einfach zwei große mit. Was soll der Geiz? Es wurden keine Daten zurückgegeben. Das hier. Du hast keine Daten bekommen, was? Der Moobot hat... Nachdem der Moobot da jetzt hier irgendwas gepostet hat, kam er... Es wurden keine Daten zurückgegeben. Da unten. Okay. Wir haben es noch bei dir. Ja, soweit. Soweit ganz okay, würde ich sagen. So. Warte, mit vertammonierten zusammen. Warte, ich hab doch jetzt wieder diesen großen. Aber ich hab... Ich lass jetzt mal... Ich hab zwar jetzt den Pakt, dass ich, ähm... Ist schon wieder mit der Musik los. Ich hab mal wieder den Pakt, dass ich, äh... Zwei Großwaffen mitnehme, aber ich bleib mal bei dem... Bei dem Crossbow, den ich geglutet hab, mit dem Heilen. Hattest du irgendwas Schönes in der Kiste des Grauens? Ähm... Tatsächlich hatte ich, wenn man jetzt mal so betrachtet, nur Scheiße heute mal drin in der World. Ich hatte dann aber gesehen, dass der Kopf, der da war, ähm... Ein höheres Gearsko hatte und der auf Held war. Ich hatte noch einen auf Champion. Und dann hab ich mir gedacht, gut, bevor ich halt überhaupt nichts nehme, Hab ich dann jetzt, ähm... Den... Den Kopf auf Held Genommen Und... Äh... In den Katalysator geschmissen. Somit hatte ich dann halt einen... Jetzt besseren Set für Kopf. Äh... Ich nehm mal Witness mit, oder? Oh ja, nehm mal Witness mit. Ich kann das nicht mal mitnehmen. Ähm... Bei Make-Up Sockel. Oh. Auf drei von sechs Schaas. Ach, weiß ich nicht. Diese Woche war irgendwie nicht so geil. Aber gut, ich kann mich nicht beschweren, ne. Ich hatte letzten... Letzte Woche hatte ich mal eine Trinkle drin. Und davor hatte ich halt immer irgendwelche Sachen, die ich benötigt habe. Da darf es auch mal eine Woche, also die Woche nicht mal so gut laufen. Dann lade ich jetzt nämlich auf, dann habe ich für das nächste Mal einfach ein bisschen mehr Glück. Was ist denn mit der Musik los? Willst du mich eigentlich ärgern? Wenn ich... Wenn ich auf den zweiten Bildschirm gehe... Oh, liegt das schon wieder an diesem Leistungsproblem? Eigentlich nicht. Keine Ahnung, aber immer wenn ich Leistungsprobleme habe, geht das mit der Musik nicht richtig. Sicher, jetzt wo du dir hier Hoffnungen machst, hast du die nächste Kiste auch gedrinkst. Sicher, jetzt wo du dir hier Hoffnungen machst... Ach, Quatsch. Ich will auch keine URLs teilen. Kann sein, dass du den Hardware-Modus ausmachen musst, die Hardware-Beschleunigung von deinem Browser, dass er da dran liegt. Ja, aber ich habe die ganze Zeit immer den gleichen Browser. Ja, ja. Wo ich die Musik... Ja, aber das... Wo macht man das? Unter Einstellung kann ich dir gleich zeigen dann. Aber man muss aber den Browser dann neu starten. Ich habe den... Unter Einstellung und dann... Leistung? Äh, warte. Einstellung System. Ja. Grafikbeschleunigung verwenden, falls verfügbar. Genau. Dann mache ich jetzt den Haken raus. Ja. Ja gut, dann starte ich aber den Browser neu, aber hast dann... Genau. Was? Ja, genau, dann sollte er kein Problem mehr sein. Muss ich nur gucken, dass ich wieder in diesem Pop-Up drinne bin. Ja. 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 Wie soll ich jetzt die Chats zweimal auf? Alete, chat bei dir noch? Kannst du den Chat noch sehen? Kannst du mich nochmal einladen? Bei mir bist du noch drin. Ich kann dich noch nicht einladen. Ich bin noch drin. Ja. Kannst du den Chat noch sehen? Ja. Ah, jetzt. Danke. So, ich mache mir jetzt nochmal wieder ab. Viel Spaß euch noch. Wir sehen uns. Hören uns morgen spätestens zum Raid. Alles klar, Bär. Dann sehen wir uns morgen. Hallo. Hallo. Da vorne sind Rabenbrot geflogen. Ja, ja, ja. Wieso habe ich denn jetzt hier drei Fenster auf? Verstehe ich auch nicht. Ich guck... Könnt ihr mal rüber gucken? Ich hole mal eben kurz den Hinweis hier. Wo waren die Raben? Rechts. Das Sporen davon irgendwo. Ja, irgendwo Richtung Deadfall Halls. Halls. Sind die wahrscheinlich gelaufen. Halls. Okay. Deadfall Halls. Oh no. Jetzt habe ich Raben gepullt. Ja, die haben da auch den Kopf abgehauen. Auf 150 Hunde, die bellen. Okay. Okay. Let's go. Ach, den haben sie aber nicht gesehen hier. Bis jetzt nehme ich noch keinen bei euch. Ja, dann gute Punkte. Gute Besserung. Gute Besserung. Ist das auch eure Runde? Ja. Ja, ist okay. Ach, wir haben ja... Äh... Shadow. Mhm. Ich habe auch die Sicht, wenn irgendwo... Ein Hunter blutet, vergiftet und was für sich ist, dann sollte ich den sehen. Aber ich sehe gar niemanden. Oh ja, wir haben ein Spadum. Rappi ist, äh, beim Miner. Unten links. Ja, unten rechts. Sie wieder an den Spruch denken. Früher aufstehen ist wie Düsseldorf, nicht meins. Hm, stimmt. In der Kassel. Oh, der Frick. Da ist ein Kürbis. Hm. Blut-Poizen-Böhrn. Blut-Poizen-Böhrn. Und Spiders pressten. Also, wieder zurück. Wir werden pressten erst. P-P-P-P-P-Prestum. Ja, eh noch kein Punkt, ne? Ja. Also, bringt es nichts in die Mitte. Seid ihr wollen einfach uns verletzen, indem wir sehen, oder es ist eine Kasse und noch eine Kasse und können sie nicht aufheben. Ich verletze mich gerne. Wie gut man was hier sehen kann von den Gegnern. Wie meinen? Ja, ich hab ja diesen Omen-Pack mitgenommen. Da sollte ich ja die heute schon alles von der Manta sehen. Wisst ihr, was witzig wäre? Wenn ihr doch gefährliche Bären, die einen verfolgen, äh... Ja, klar. Wenn ich die ganz große Bären gehen würde. Bring die noch auf Ideen. Wenn ich die ganz große Bären gehen würde. Bring die auf die Ideen. Ist schon ein Bruder. Ja. Ja, ja. Ja, ich würde das richtig fühlen. Mhm. Der schießt sich auf uns. Hier ist Nachschub. Da hinten raus hat er geschossen. Alter, er ist doch lacht gesoffen, Junge. Oh mein Gott. Könnt ihr mich holen? Alter. Ja. Aua, äh. Ist klar, ne? Ist klar. Kann der überhaupt irgendwas sehen? Hat der einen Scope darauf? Nein, hat er nicht. Könnt ihr mich nochmal holen? Ja, warte, ich muss das nachladen. Alla. Hier war auch noch einer drauf. Hat nix. Ja, ich komme auch mal zurück. Hat sie zurückgezogen? Wo hast du einen, Ragun? Da hat n' Hit. Ja, oben auf dem Dach. Das ist doch gar nicht wie viel Gefühl kann. Ja, ne. Hab eine. Hier. Ist tot. Sehr gut. Ach so, die sehen uns ja gar nicht. Hä? Oh. Komm mal, der Schuss kommt nicht an. Der steht da oben drauf. Ich treff den nicht. Da ist noch einer. Hat n' Hit. Ist runtergesprungen. Mhm. Ich hab hier auf meiner Seite auch noch irgendwo einen. Hä? Der ist aber weiter da hinten. Und die ist aufgehoben. Einer ist tot. Da ist noch einer. Ist tot. Gut. Hier liegt ein Trades. Pitcher. Ich nehm mal eben kurz Dings mit. Ich seh grad keinen mehr. Sind die tot? Ja, ja. Ja, beide sind tot. Oh, schön. Ich guck nochmal. Ne, ich seh keinen. Ja, dafür, dass sie so ganz schön gut getroffen haben, haben wir es dann doch noch hingekriegt. Ja, ich bin dann halt näher herangegangen, weil ich mir dachte, so scheiß drauf jetzt. Ja, ich glaube auch ganz gut, dass wir uns ein bisschen aufgeteilt haben, dass sie von rechts und von links. Ja, wo ist denn jetzt der andere gewesen? Da lagen jetzt zwei und dann? Ach so, die andere. Warte, ich hab, warte, ich hab noch ein Witness. Die liegt da drauf. Ah, okay. Klar. Äh? Was ist da unten? Und die anderen kommen zu uns. Ah, okay. Wo liegen die? Ach da. Also hier liegt einer drin? Und der andere? Äh, da. Nix, aber fehlt weggeworfen. Ich brauch einen Money. Ach so, du auch. Ich hab nur noch drei Schuss. Ja, ich hab keine Money, weil... Äh, wo liegt hier, hier liegt noch ein Tread, wo liegt die andere noch? Ja. Und die anderen kommen hier hin? Wir müssen uns wirklich beeilen, weil die kommen jetzt nicht zu uns. Ja. Und wir haben hier keine Kutsche. Dann nehm ich, dann nehm ich die, diese Karabiner da, die hat wenigstens noch Munition drin. Drei Schuss bringen wir nix. Welchen Boss hatten die hier? Weiß ich grad nicht. Die zwei, äh, Spinner. Vielleicht haben sie ja einen Boss-Kompon. Vielleicht ist dann ja, äh, noch irgendwie Munition hier gewesen. Ja, das ist doch noch so ein bisschen zurück. Ey, ich lass meine Musinen auch relativ ungern da liegen, aber was willst du machen? Drei Schuss bringen wir in den Feind überhaupt nicht. Ja, das Problem ist, pro Box kriegst du auch nur zwei Schuss raus. Ich hab auch keine Muni-Box bringen. Hier ist normale Muni. Ja, die brauchst du ja, ne? Ich brauche Special. Naja, war gut. Das ist von normale. Die, da oben. Na komm hier rein. Hier. Die sind gleich bei uns. Jo, ich mach mal eben kurz hier schon mal zu dicht. Wo war die? Ach da. Hat's echt nur zwei Stück da raus. Naja, grüß mal nur zwei. Aber ihr habt keine Special oder so gesehen, ne? Nö, nicht. Wo sind die jetzt? Willst du mal gucken? Okay, einer ist direkt nah am Kompon. Welche Richtung? Wo? Ah ja. Ey. Bei Ragoon. Und einer ist da. Irgendwo. Irgendwo dort. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Oh fuck. Ach scheiße, die hab ich nicht gesehen. Ah. Oh nein. Oh fuck. Ah, ich brauch eine andere Waffe. Boah, wer das jetzt weiter weg ist, sieht man jetzt kaum. Ach, das sind Leute, die snipern. Ja, zwei sind rechts und einer ist da hinten auf 330. Scheiße, ja, die snipern da noch rum. Einer ist nach da gelaufen. Hier oben drauf. Hat nicht. Einer ist irgendwo hier. Hier. Dort. 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 Ich habe einen Fallen aufgebaut. Hat er eine Falle. Oder eine Claymore. Oh fuck. Oh fuck. er kann so gut zielen ja der eine war gerade nicht auf mich ich hab mich auf was umgebracht der ist irgendwo 15 nehmann seine crack hier hat nicht dahinter ja außerhalb weiß ich gerade ich habe den zuletzt gesehen hat nicht habe ich hören sehr gut ich habe mir die von was ist das für ein ding rabina 1856 1865 die lädt auch so komisch nach das ist so eine marco oder eine andere ich weiß nicht genau man lädt das auch hinten am schaft irgendwie nach ach ja ja die ist ist das die marco weiß ich gar nicht gar nicht ne die heißt 1865 karabiner von wo ok hier liegt noch eine mosin oder oh ja ich habe hier eine mosin in der hand das ist wo liegt eine mosin ja also wenn ihr noch eine mosin haben wollte ich hier meine alte mosin die liegt noch da unten hat aber noch keine munition mehr wenn die irgendjemand nehmen möchte ja ist gut ich behalte das mal dir ist doch eine mosin die ich habe oder nicht weiß ich nicht habe ich nicht geguckt hier oben liegt noch eine habt ihr den schon gelootet ne hagun hat ne mosin ne ich habe gerade keine mosin ich hatte eine hier liegt ne mosin am boden was habe ich denn jetzt für eine waffe in der hand lege die doch auf den boden dann wechsel die doch mal dann kann man nachgucken äh das sieht doch aus wie ne ach hier krack ja ne krack hast du ne krack ach so dann nehme ich die mosin oder willst du die marcel ne ich behalte meine ihr habt zwei mosins zu hause weil ihr könnt aber die mosin nehmen oder ihr nehmt meine bärenzahn die da unten liegen ich behalte meine drillinge die ist auch teuer hab ich jetzt alles ok gehen wir jetzt oben raus oder gehen wir rechts raus ok wir können jetzt zur mitte erstmal oder wir rennen erstmal zur mitte ohne ausdauer alles klar 10 Minuten ausdauer dann bist du irgendwie so bequem geworden sonst rennst du immer gerne in die mitte ich? niemals und dann können wir ja bei minas raus im endeffekt laufen wir den gleichen weg als wenn wir nach oben laufen das meinst du nur das war jetzt gerade noch mal schwind das war spannend das war spannend ah schön gemacht denn hier Apotheke du hast ja gewonnen ja ich hab ne Apotheke gezogen geil einmal Apotheke einmal Apotheke wir hatten ja zwei Kassen wir hatten ja zwei Kassen ne einmal in der Mitte und einmal oben auf so nem Haus äh war das die Runde war das die Runde? warte mal irgendwie das Gefühl dass wir ein Déjà-vu haben ich hab irgendwie ganz derke das Gefühl dass du immer sagst wir haben irgendwo ein paar Kassen rumstehen und ich hab das Gefühl da waren schon vor 10 Runden ich hab das Gefühl wir waren noch gar nicht in der Mitte gewesen oder? stimmt wir waren noch gar nicht in der Mitte aber da sind noch ein paar Kassen noch im Haus so hä? wann waren wir denn da? ja nächste Runde auf wieder also voll sind Kassen auf jeden Fall in der Mitte wir laufen grad los ach so doch da sind Kassen oh nee Geheimraum der wurde schon geplündert Waren wir nicht hier drin? nein ach so wir waren noch nicht in der Mitte auf einmal hä? was? wer rennt denn von uns da ganz weit weg? ich willst du keine Kasse? doch 2,50 wir haben ja schon 2,50 wir sind zwei Kassen 2,50 und ähm 2,50 wollen wir auch da pass auf Auffall oh 750 na klar 2,50 das hat gezwiebelt das hat gezwiebelt Zwiebeln das hat gezwiebelt da 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 2,50 2,50 1,50 ein 2,50 3,50 das ist 2,50 Was ist denn? Guck mal. Du musst doch runterkommen. Du verletzt dich noch. Kommt der auch hier hoch? Nee. Ja. Ja. Komm mal so unten raus. Unten raus, unten raus. Schlimm ist es, wenn es und oben raus kommt. Das ist richtig. Und in der Mitte. Bitte? Raccoon. Von der Mitte zur Titte zum Sankt, Sankt, Sankt. Das sehe ich nicht. Sankt mich, wer auf diesen blöden Spruch gekommen ist in seinem Leben. Gerne. Cool. Schön, dass du dich so freust. Oha. Ich habe Heilung. Kommst nicht hinterher. Ich habe Ausdauer. Tschüss. Jetzt musst du doch noch treffen. Luli. Ich habe dich getroffen, du Arsch. Luli. Ui, oben ist Muni. Du, das Arsch bezeichnen. Komm Raccoon, wir gehen. Ja, ja. Hm, an die Waffe kann man sich gewöhnen. Ich muss mir ja nochmal sagen, wie die heißt. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja, irgendwann mit 18, 1895 mal 7 geteilt durch 8. Oh, ähm. Du brennst. Was? Nein, nein. Nein. Da ist aber noch ein Balken weg. Ist mir scheißegal. Alle Balken weg. Aber hoffst auch, du brennst mir hin. Ja, toll, danke. Ja, nicht du. Baragun tut es mir auch leid. Allen anderen Gönnies. Wenn Liebe Feuer fängt. Wenn Liebe leidenschaftlich wird. Na, klasse. Nups. So. Ui, wie schatten wir? Ich hatte drei. Ich habe ein. Achso, kann ich Ihnen nachgucken. Ich hatte zwei. Wir hatten sechs Stück. Schön. Wo bin ich denn auf vier aufgestiegen? Du scheiße, warum? Auf vier? Ich bin auf vier. Tja. Falls ihr gefallen habt, dann lasst gerne einen Like da. Aber natürlich nicht vergessen, morgen um 13 Uhr zu Hansjodan. Morgen um 13 Uhr gibt es die neue Folge von Hansjodan. Ohne Raccoon, weil der ist auf vier. Ja, tschüss. 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 Ist er natürlich noch da, aber für YouTube. Wo hast du denn jetzt vielleicht gesehen? Warte mal, ich muss erst mal wieder nachgucken, wo man das sieht. In Details. Ja, ja, ja. Nicht so schnell. Wir wollen ja mal nicht schätzen. Das ist ja klicky, 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 bunty hier. Wicky, quicky? Klicky, bunty. Bunty ist auf zwei und Raccoon ist auf vier. Verstehen wir, wenn wir auf zwei bin. MMR wieder ein bisschen kaputt? Quatsch. Letztens hatten wir voll die krassen Gegner und waren dann nicht mehr weiter auf zwei. Wir waren, keine Ahnung, noch nie auf zwei. Und werden halt voll viele auch gekillt. Also jetzt mal blicke ich da auch nicht durch. So, ich mach noch mal eben eine Pinkelpause. Ich auch. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So, ich muss noch mal eben kurz die Sachen hier raus schmeißen. Beilung. Scheiße. So, warte mal. Ich hab ja echt noch Trackpunkte. Äh, ne, warte. The End. Oh. Genau. Kurze Pause. Gleich wer da. Jo. Jo, jetzt. Und auch mal ganz kurz in der Pause. Bis gleich. Bye. Bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da bin ich wieder. So, da bin ich wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da bin ich wieder. So, da bin ich wieder. Achso. Äh, oh nein, jetzt habe ich meine Waffe weggeschmissen. Ach, Mann. Das ist weggeschmissen. Meine Waffe. Kannst du nur... So. Komm sofort wieder. Meine Akkus sind leer. Nein, nicht die Akkus. Wechseln ganz schnell. Wenn meine Akkus leer ist, dann lege ich mich immer hin. Oder mach mal einen Kaffee. Pragout kann ich einfach wechseln. Wir straightenen. Okay. Ja, es geht noch nicht. Oder mach mal locker. Die Akkus Tec. Ja, da bin ich auch, ja. Bibi. Oh, Nacht. Oh, alte Map. Alien. Was? Hallo. Hallo. Haben wir noch Shadow? Haben wir noch, ne? Haben wir Shadow? Ah ja, haben wir. Ja. Ser, 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 du. Ser, du. Ser, du. Ich sehe noch keine Gegner. Hallo Morty. War nicht so. Warte ich helfe dir! Siehst du uns doch gar nicht. Ich verteidige dich mit deinem Kopf und Blut. Du musst ihn verteidigen! Der sieht uns nicht. Achso, aber er geht seinen Punkt. Ja, das ist richtig. Richtig. Aber ich habe ihn mit deinem Fleisch und Blut verteidigt. Hast du doch keine Ausdauer mehr? Hä? Ich habe einen Monat keine Ausdauer mehr. Wie, ich habe keine Ausdauer mehr? Du warst bei mir gerade richtige Übels am Leuchten. Und da du ja nicht vergiftet am Bluten oder was für sich bist, also gehe ich von aus, dass du keine Ausdauer mehr gehabt hast. Ja. Jetzt aber habe ich eine Ausdauerspritz mit mir gegeben. Jaja, jetzt sehe ich die aber nicht mehr. Und irgendwas leuchtet da. Das ist wieder ein Trade? Necromancer, toll. Toll. Aha. Ja, ich habe es mir genommen. Lump. Ich habe dafür nichts ausgegeben. Lump. Pieks. Toll. Pieks. Was war das für eine Komödie? Das ist der eine, der steht da mit dem Schlagringer und so, der andere piek. Das war eine Dramödie, ja. Hm. Solange es keine Klamödie war. Was? Was sing ich denn manchmal? Also das ist auch so eine... Ja, das frage ich mich auch manchmal. Wo wir wieder beim Thema sind. Nein, man hört dich nicht. Wir sind alleine beim Singen. Ach, ich bin manchmal einfach nur ein bisschen lost im Kopf. Der hat mich geärgert. Da ist gerade ein Licht aufgegangen. Was? Wie ein Licht. Oh, stimmt. Was leuchtet denn da so? Hä? Äh, vielleicht so eine Signalfackel? Ja, irgendwie so ein Buster. Da ist doch irgendwas laut. Ich sehe aber keinen. Der geht auf was steil. Der geht auf was steil. Der Boss ist hier. Der Assassin ist hier. Ja, die greifen den aber noch nicht an. Es ist weiß. Hä? Hier war doch einer. Der musste ja da vorne so eine Flair eingeflogen. Warte, ich schau mal. Ja, die können vielleicht auch irgendwo außerhalb sein. Einfach nur warten. Ja, hier ist tatsächlich eine Flair. Ja. Äh, da hinten auch? Oder ist es eine Lampe? Das ist ja auch so hell. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal den Hinweis hier mit. Der Hinweis ist laut. Aua! Ah ja, siehst du? Von wo bitte? Äh, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich sehe den Schuss nicht. Komm hier rein. Ist halt immer noch weiß. Das muss dann halt irgendwo, weiß ich nicht, aus Nord-Nord-Ost sein. Da ballert auch irgendwo aus. Da ist doch, da ist doch Wienungsfeuer. Ja, hat hier drüber geguckt? Ja, der rechts... Ach man, wieso heben die denn auch immer einen direkten Headshot? Das war ein Trade, glaube ich. Nee. Ich habe den nicht getroffen. Danke. Danke. Ich denke dann, die... Die sehen uns alle nicht hier. Warum sieht er mich? Warum nicht? Hier ist eine Kasse. Warum sieht er mich da? Und ich habe nur... Da vorne, äh, 3,30. Zwei Leute. Ich... Ja, ich kann dich ziehen, weil da... Boah, das gibt's einfach nicht. Gibt nur wieder Kappes. Eine Sticky. Der springt immer hier rum. Der eine. Einmal getroffen. Getroffen? Ja. Was? Oh nein. Das war eine Ungelaufen. Wo bist du da? Soll ich dich holen? Ich hab Dings... Ich hab direkt... Ich bin draußen oben auf dem Ding, ey. Ich wird von hinten erschossen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Einen hast du. Der liegt da. Wer wirft da was? Oh mein Gott. Aua. Der holt den da wieder. Der ist hinter dem Heu. Ja, hier ist aber direkt der andere vor die Tür. Der hat den wieder geholt. Ich hab ihn aber. Scheiße. Marcel. Ja, ich komm. Instant. Instant reds. der wird. Der wird. Ist die auch mal wieder tot. Das braucht langsam mal Special-Emmo hier. Irgendwo ist noch ein Kanadier. Was ist da noch? Ein Kanadier. Ich hab sie gerade geheilt irgendwo. Ab ein. Sehr gut. Da dürfen keiner mehr liegen, da liegen drei. Sehr gut. Warte. Bleib mal kurz stehen. Heißt du, hab ich dich getroffen? Nö. Achso. Ich wollte nur eilen. Warte, hier lag doch irgendwer. Ja, hier. Oder war das? Ja, drei Stückchen hier. Das war so geil. Und zwar da an diesem kleinen Fenster, wo diese Gardine ist, ja? Mhm. Da hab ich mich so hingestellt, dass ich so ein kleines bisschen, ich hab ja diesen Scope. Ich hab ja extra einen Scope diesmal auch mitgenommen zu der großen anderen Waffe. Und dann hab ich immer so einen kleinen Kopf immer gesehen. Und dann konnte ich immer schießen. Noll. Weil ich mich so richtig arschig hingestellt hatte. Wenn ich mich dann mal hingestellt hätte, dann weiß ich nicht. Nein, der hat mich nicht gesehen, weil ich ja durch die Gardine verdeckt war. Okay. Braucht ihr noch irgendwelche Waffen von denen? Habt ihr die gelootet? Weil sonst würde die Mann zünden nicht, dass die anderen da irgendwie die Waffen nennen. Nee, nee, nee. Ich würde jetzt gerne den Boss machen. Weil ich hab nämlich nur noch zwei Balken. Und wenn jetzt die anderen Leute auftauchen, ist nicht so geil. Wenn ihr nur Special seht, sagt ihr mal Bescheid. Wieso blute ich denn jetzt? Auch wegen mir, Entschuldigung. Ach so. Okay, ich glaube, ich wurde gerade von... Ach nee, doch nicht. Ich wurde von dem Assassin umgebracht. Aber ich hab nur noch einen Balken. Ja, und ich hab auch keinen Retz mehr. Auch ein Special-Emo. Und irgendein Interview. Ihr macht das schon. Ich hol Pfeien ran. Nee, du blödes Klack,soimmer. Piks, 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 Piks Piks Ja klar, schieß halt einfach das Ding auf mich drauf und weiten wo auch immer Du Arsch Weg mich Jetzt komm her und lass dich ja stechen Okay, die oben sind schon am Ausgang Schönen Oh. Stimmt. Aber Special-Munni-Lack hier nicht, ne? Nirgendwo. Deswegen hab ich auch leider kein Retz mehr. Hier liegt ja noch eine. Hier ist nochmal Hand-Donner. In diesem Gestrüpp drin. Oh la la. Dollär. Gucken wir mal, ob irgendwer angespründet kommt. Bestimmt. Gehen wir eigentlich gleich nochmal in die Mitte oder nicht? Ja. Können wir machen. Ist halt leider noch kein Denkster. Kein Bounty. Guck mal, wir haben 69 Punkte. Hihi. Guck mal, wir haben sogar drei von vier. Hihi. Drei Viertel. Hihi. Guck mal, drei Viertel. Kannst du da haben. Die möchte ich nicht. Beute bereit erhalten. Nee, dann warten wir noch eine halbe Stunde. Dann kannst du nicht nochmal looten. Wenn ich heute schon bekomme, was dann geht ja morgen nicht mehr. Was? Ja, um null Uhr ist morgen. Rotkäppchen, Rotkäppchen. Was denn? Großvater. Warum hast du so? Tissi, Franz. Was ist das? Ein Name. Rotkäppchen. Großvater. Großvaterchen. Ich hab dich gar nicht getroffen. Mein Busen wurde gequetscht. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Devon draus. Dann gehen wir in die Mitte. Dann gehen wir in die Mitte. Das ist noch doller. Dann gehen wir nicht in die Mitte. Hilfe, Hilfe. Ich werde unterdrückt. Aber gehst du mit deiner Laterne? Mit deiner Laterne mit dir? Ist doch jetzt die Zeit, nicht? Da oben leuchten die Sterne. Oder war das schon? Und unten leuchtet die Hölle. Ja, ich weiß gar nicht, woran. Als Kind bin ich sonst immer losgegangen. Hab die ganzen Geschäfte abgezogen. Hab dann da irgendwas vorgetrodelt. Und dann hab ich irgendwas geschenkt bekommen. Am geilsten, weil ich mir den Fisch nicht bekomme. Ist das hier nicht Sternsänger oder wie die heißen? Weiß ich nicht. Ich war immer vor, dass ich als Kind was bekommen habe. Deswegen war mir egal, wie das heißt. Ist das nicht das Gedöns, wo die ganzen Blagen da vorbeikommen? Wo du dann irgendwas über die Tür gekritzt bekommst? Nee, da sind doch die Sternen-Moppels da. Ich dachte, ist das nicht dasselbe? Nee, das andere. Das andere, das andere ist doch hier. Doch, ich schon. Da war immer voll cool. Da hast du als Kind immer was bekommen. Die ganze Tüte voll. Das war lecker. Nee, nicht eine Tüte voll. So ein Fisch oder so. Ja, ich bin immer in so Geschäfte halt reingegangen. Da sind die anderen auch immer. So in die Geschäfte rein und dann bist du nicht in die Geschäfte reingegangen. Und wenn... Hast du dir denn alle was vorgetrillert, oder? Ja, und dann haben die gesagt, boah, halt die Fremse hier, nimm was und geh. Ja, genau. Das war voll cool. Da konnte ich meine Gesanglosigkeit einfach präsentieren. Oh, kannst du schön singen? Nein. Kannst mich ja bezahlen, dann geh ich. Hier ist der Kasse. Jaau. Ja. Was war das denn für ein Geräusch, Ragun? Ja. Okay, das habe ich schon. Das habe ich schon. Okay, ist nix. Bei dir ist auch eine Kasse? 750 Dollar. Und hier schief. Eine Kasse. Uh. 20.000? Wo ist denn die Kasse? Ich weiß nicht, wie viel. 750. Ja. 500. Und jetzt in die Mitte. Ja. Oh, der Kasse. Da ist nochmal eine Kasse. Alter, ich habe nur. Wie ist das denn? Ich habe nur. Ich habe nur. Ich bin für den Punkt. 250. No. Wir füllen einen Punkt. Müssen wir irgendwelche. Nein, wir kriegen wir keine mehr. Das ist ja kloppen. Nein, wir kriegen wir keine mehr. Wir haben alles. Wir haben Hunter gelootet. Wir haben gebanished. Wir können keine Punkte mehr kriegen. Doch. Wenn den wir mit Zombies töten. Hä? Nein, du kriegst für die ersten 30 Punkte, Dings. Du kriegst nichts mehr. Ach, nö. Wir sind bei 74. Wir können jetzt rausgehen. Wir können jetzt ebenlaufen rausgehen. W fast? V... Wofür. Mann, ich will auch mal was treffen. Ich treff nix. Ich treff dich mal. Dafür reicht's. Ich will mal Käpt'n sein. Ja. So. Sag mal. Was denn, was du in Heilung bekommst? Und mal. So. Oh, Mann. Wann, oh, ich komm mir nicht hoch. Wir haben jetzt den nächsten Kutschel in der Hoffnung, dass er eine Kasse ist, die wir nicht looten können? Nice. Nein, wir müssen aber nach oben. Nice. Nice. Voll nett, dass ich als nice benannt wird. Betitelt. Nice. Nice. Hier hast du keine Kutsche. Nice. Nice. Hier ist ne Kasse. Oh, nö. Viel Spaß. Da sind noch zwei Leichen. Was? Was? Ist das der Nachfolger von drei Haselnüssen? Nein, aber da liegen noch drei tote Leichen und hier sind gute Punkte. Drei tote sogar. Drei tote Leichen. Drei Haselnüsse. Die liegen hier oben. Seh die doch. Nein. Drei Haselnüsse. Drei Haselnüsse für Charlie. Drei Fallen. Drei Fallen. Drei Fallen. Drei Sehen wir da drauf Counting. Ja, so wie du da gerade draufgekommen bist. 2553. Cheater. Guck, in deinem Rock. Warte, ich fang dich auf. Was denn? Ich glaube, der wollte baden gehen. Ich möchte auch, dass du unter meinen Rock guckst. Was? Der war tot. Ach, unter den Toten guckst du gern unter dem Rock. Aber nicht unter den Lebenden. Ja, so Widerstandskraft. Erst puddelt, dann knudelt. Soll ich das? Oh no. Ich geh jetzt. Oh. Ich denke, das haben wir schon. Das haben wir schon. Oh ja, das war schon. Das haben wir ja auch. Aua. So, Moral von den Sekunden, schafft ihr das? Nein. Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Oh Gott, ich hab's fast nicht rausgeschafft. Was lachst du denn? Ich hab's fast nicht rausgeschafft. Das, was sie sagt. Hey, seh dich. I see you. With my eyes. Ah. Oh, was ist das? I see you with my eyes. I see you with my eyes. Was? Was? Die ganze Zeit meine Stimme so? Hä? Nein. Okay. Irgendwie war die Anzeige falsch. So. Legt da nicht durch. Was? Was hatten wir? Ich muss mal gucken. Warte. Ich hab drei Kills. Wir haben sechs Kills insgesamt. Hat's sechs Stück? Cool. Bim, 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 bim. Ja, ich nicht, weil ich kann's nicht angucken. Super. Sehr gut. Sehr gut. Falls ihr gefunden habt, was ihr da seid, ist gar nicht da. Abonniere euch natürlich in dem Fall jetzt morgen. Und lasst uns noch den Schnelldrucker anschalten. Tschüss. Tschüss. Und schön euer Essen aufessen. Kann ich weiterklippen? Ich komm hier nicht raus. Na doch. Oh, wir sind natürlich noch da. War fähig. Ich muss die Folge mal ein bisschen länger laufen lassen, weil sonst wird hinterher abgeschnitten und das ist irgendwie ganz komisch. Bin jetzt zum Aureen. I'm a dark man. Hä? Was ist denn jetzt los? Von Jan an rumzuträllern, ey. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Lanko. Habe ich den Wildnis? Ach so. Du wirst von Wildchen nicht bemerkt und brichst keine Äste ab. Oh cool. Vielleicht keine Äste ab. Brich dir doch keine Äste ab. Brich dir doch keine Äste ab. Muss ich noch was köfen? Ich weiß nicht. Also, ich habe das für Fitment genommen, ja. Da muss ich mal den Tread rausschmeißen. Mach ich da mal ein paar Mal im Meme-Spiel. Weißt du, musst du es rausschmeißen? Ja, ich hatte alles voll mit den Treads. Warte mal, bist du, ist du schon Level 50? Wo wäre ich da denn hier? Ja, der ist 42. Und alle. Ach ja, stimmt. Ich bin immer noch auf viel. Immer auf viel. Ich kille nur die ganze Zeit. Scheiße, ja. Wie hieß die Waffe, sagst du? Irgendwann mit M18 irgendwas? Guck mal, wo die ist. 1865, Karabiner. 1865, wieso macht der? Ist ja egal, die passt. Die kostet, die kostet nur 70 Dollar? Keine Ahnung. Ich habe mir die auch genommen. Die kostet nur 70 Dollar. Die 1865, Karabiner, wie das? Einfach mal mitgenommen. Na klar. Egal, nehmen wir das mit. Jetzt gibt es noch mehr Versionen von Rotkäppchen. Das ist ja Rotkäppchen Wolf. Genau, und dann gibt es noch Rotkäppchen. Warte, kann ich dir kurz zeigen. Dann muss ich aber kurz wieder cancel. Dann gibt es noch die, also die gleiche, nur, dass der Kopf halt unten ist. Achso, Blutkäppchen Kappe. Und dann gibt es auch noch den großen bösen Bären. Der hier. Das komische ist, bei mir wird überhaupt kein Charakter da bei dir angezeigt. Ja, das ist der große böse, große, nicht vorhandene. Wo schnüffelt die denn so rum? Hat er den einfach andersen oder wenn? Hey, bei mir ist kein Charakter zu sehen bei dir. Ja, ich bin unsichtbar. Ja. Oh, ich finde den jetzt genau, der war richtig cool. Oh, ich finde den. Marcel Was denn? Kannst du damit bitte aufhören? Mit was? Undauernd so zu spammen mit dem Discord Sound Ich bin der Discord Sound Ich bin der, dass du das bist Marcel Ich ziehe halt meine USB-Kabel jetzt auf und geht Was das letzte Mal war? Ich habe immer die Stimmung gescheuert Hier fehlt irgendjemand Wieso flackert denn eigentlich mein Monitor wieder so komisch? Es ist nicht so, als hätte ich gerade auch nachgeguckt ob irgendwas aufgeplöppt wäre Habe ich schon eine Reaktion Sogar diese Alter, warum flackert das denn jetzt hier? Den Monitor immer auszumachen Oh nein, das hat er überhaupt nicht gebraucht Du kackst ab Ich glaube irgendwas stirbt da Hallo Hallo Ähm Ah, jetzt hörst du dich immer nochmal an Wo ist mein Spiel? Also du bist auf jeden Fall nicht da Ich bin da Muli ist nicht da Achso Ich musste eben neu reinladen Cool Jetzt komm ich Ich krieg mein Spiel nicht mehr vom Vollbild Wart mal Ähm Ähm Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich bin da Bei mir ist auch irgendwie alles Hä? Also bei mir ist das normal Hallo 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 Ich glaube ich Ich habe nichts Ich glaube ich muss das neu starten Ich muss immer eben kurz erklären Ich glaube ich neu starten Ich bin auch irgendwie im Spiel drin Also ich kann mich irgendwie in OBS bewegen Aber Hä? Alter Es geht auch aus Moment Ich muss kurz den Taskmanager starten Ich kriege da Ich kriege da Spielkarten Ja Ich weiß nicht Ich sehe Geht ruhig schon mal Komm gleich Ja Aber ich dachte bei euch Beiden Das ist So Ne Bei mir ist alles gut Achso Jetzt wieder Eben war es ganz komisch Oh lala Das Kind ist so cool I love it So Kannst du bitte noch das Spiel hinladen Danke Na gut Verbindung wird hergestellt Ladevorgang Oh Ich bin irgendwie im Dreck drin Ich bin das eingestellt Ich habe es von Schautom Mit der Weisenhormung Hallo 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 Schön Oh genau gut Das flackert doch nicht Den Hinweis Den Hinweis Der Isor Der Isor Was ist denn das für ein Symbol Da unter dem Das ist der Das ist der extra Bounty Was in der Mitte liegt Was du dir für zwei Morpets mitnehmen kannst Achso Das ist ja noch gar nicht aufgefallen Ich vergesse jedes Mal dass wir ja äh Hallo Hallo Ja So ein bisschen Ey man gewöhnt man sich zu viel dran und dann hat man den immer Ja warte mal du gibst doch zwei Punkte hier Na komm her Na toll Haben Was an die Nudel Ich bin hingefallen Ich kann nicht wieder von mir wieder aufstehen Der Arme Der war Peter Gülfinger Hm So Ich sehe keine Gegner Robbins Schnell den Hinweis noch holen damit wir Punkte bekommen Scheiße Der ist da drin Hier sind gute Punkte Gute Punkte Gute Bessere Ach fuck ich hab ja nur eine Ausdauerspritze Weil Alter Was ist denn hier los Na Hive und zwei Zwei Dicke Na klar Aber die sind uns ja nicht Auf dem Hinweis Ach ja Da war ja was Doch ich bin vergiftet Ja dann sehe ich dass du vergiftet bist Jetzt nicht mehr Oh Gott Wir müssen woanders hin Oh je Wieder Zeug Noch rein In der Mitte von der Mitte In der Nähe von der Mitte Ja und es fehlt aber noch ein Punkt Für der Bonty Keine rücksichtslosen Gegner Die Berthier Bertige Bertige Im Sattel Die Bertige Was ist das Oh da gibt's noch Punkte Oh da gibt's noch zwei Punkte Deine Kasse Hier war schon jemand Ja da hab ich grad gemacht Achso Oh klar Die seht uns doch nicht Mach man Die aber gibt doch Punkte Oder nicht Die doch nicht Ja ich nicht Nein Ach ja Nur der Motti Ja klar Das hatte ich jetzt rot Wäre gut wenn die Gegner uns auch nicht sehen würden Da oben Da oben drin Jetzt nicht Zombie Mein Kopf weg Oh super Ich hab ne Ich hab ne Ich hab ne Schutzweste Vom Zombie Ich werd mal von hinten stehen Ah Auge juckt Nee Nee Das hau nicht ab Arsch Jetzt hab ich noch mehr Scheiße Kann mich jemand holen? Nee Ich versuch's Ach klar Scheiße Und wo hat er geschossen, Gott? Aus dem Fenster Das war der Kürbismann Da oben Wo man's halt als erstes gesagt hat Ist denn so aggressiv immer der Kollege Woher weißt du, dass ich da bin? Hat er dich laufen gehört? Ich brenne Ja Ja, warte Ich guck, dass ich die bekommen Er hat einen ordentlichen Schott abgekommen Der Kürbismann an der Tür Er wirft Er wirft Weg da Okay Das noch Sind sie da nicht mehr drin? Von wo hat er geschossen? Da hinten Neues Team, glaub ich Ist alles bescheiden Ah, die eine Helfe ist weg Ach, das eine Bounty kommt an Das ist schon hier Das Mittel-Bounty Da brennt ja und nehmen wir Matsch rum Und das ist irgendwie Mit einem Pfeil und Bogen Hier vorne Hat ein Hit Muss hier lauten Fuck Hier ist da hinten Komm mal Wieso können die Schüsse jetzt auf mich hier? Ich hab eine Oh Gott, da sind ganz viele Bist du mich mit Nekro oder Gold? Irgendjemand? Über Moon Bist du Über dir Ach Mist Hat er aber noch einen Hit Ich bin jetzt auch erwischt Ach Mist Dankeschön Oh Gott Warte Revive Okay Irgendwo ist da wer Ja, von außen Wow Der drüben Wow Die kommt da unten an. Auf 210. Man, ich werde von allen weggebummst. Wo bist du? Bist du drinnen oder draußen? Ich habe nur noch mein letzter Balken verbrennt gerade. Ach, Alter. Was trifft der denn so gut, so eine Kacke. Ich hole dich mit Nekro wieder. Warte, ist nun. Die sind da alle vor uns. Um auf dem Dach. Ab zwei. Zwei sind tot. Um auf dem Dach. Scheiße, Mann. Aber unten waren zwei tot. Die habe ich noch gekriegt. Alter, was ist denn da los? Ja, ist oben auf dem Dach. Wie viele sind da bitte? Weiß ich nicht. Ey, die haben hier gerade fünf Leute oder so gefühlt. Fünf Dynamit-Stangen reingeschmissen und bin halb... Ich versuche die zu holen, Ragun. Oh, fuck. Über uns. Oh Gott, ich bin ja beim Boss drin. Mhm. Was? Ach nein, da oben auf dem Fenster. Ach, Mann. Der Kürbis-Typ schon wieder. Ja. Waren die ja alle zusammen? Nee. Waaah! Da ist ne Treppe! Sag, wann ist da ne Ficktreppe? Hä? Seit wann ist da ne Treppe? Alter, hab ich mich erschrocken. Ich guck da hinten runter. In dem Bossraum ist ne Treppe drin, wo man oben gehen kann. Was? Die ist aber neu. Ja, die ist aber sofort von neu. Da ist da ne Treppe. Ich dachte schon immer, wie kommt die denn so schnell da oben hin? Jaaa. Nein! Nämliche Pistole, ey. Scheiße. Ist da ne Ficktreppe drin? Ja, kannst du nur umlaufen. Alter, weißt du, ich bin da oben drauf, ne? Dann wird da alles hingeschmissen. Irgendwie gefüllt fünf Dynamitstangen. Feuer. Ey, ich bin jetzt mal runtergesprungen. Und dann bin ich halt irgendwann in Brand gesetzt gewesen. Oh, ich dachte mir so, das gibt's nicht. Das war richtig der Horror da oben. Ja, glaube ich. Warte, eine Runde. Ja, das war auf jeden Fall wilder, ey. Ist da einfach ne Treppe. Ich guck da so hin. Ich denk, ja gut, die kommen ja nicht hier runter. Na. Ja, ich hab, ähm, auch was gemacht. Ich hab 175 Dollar bekommen. Noch vier Stück. Ich weiß gar nicht, was ich. Ich hab, glaub ich, gar nichts gemacht. Insgesamt? Also, ich hatte vier. Ich hab null Kills, wir haben nur vier Kills. Oh. Ja gut, komm mal, da reißen wir doch fast erst mal ne Kopf ab. Ah ne, ist noch dran. Sehr gut. Falls ihr gefallen habt, dann lass gerne ein Like da. Abole. Schönen. Vergesst mal. Tschüss. 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 Wir sind natürlich noch da, aber für YouTube. Nein, mein Alter, der fast 50 war. Oh Mann, oh Mann. Ja, cool. Ich seh einfach unsere ganzen Charaktere nicht mehr. Ja, ey. Sehr gut. Also, in der Lob, ganz am Anfang. Ja, das ist, das normale Spiel ist noch ein Alpha. Gibt's ihm ein bisschen Zeit. Wann noch nicht alles überstürzen? Hm. 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 Hör ich da, für irgendwas? Nee. Wir haben ja wieder ein paar Punkte, Ja. So, man hat das so. Ja. Eins. Egal, lass ich so. Hey, hat der nicht ausgerüstet? Oh, ich hasse diese Döne. Äh, genau. Das. Nee, das andere. Nee, hatte ich schon. Das hatte ich schon. Ähm. Äh, kommt halt ja da. Nicht anders? Ich glaube schon. Ich hoffe es. Bei Meatheads bekommen wir äh, drei Punkte. Bei Hellhounds und Emulators bekommen wir jemals zwei. Habe ich gerade mal geguckt. Okay. Bei Meatheads kriegt man nur noch drei, da war noch mal fünf. Oh, frech. Wenn wir diesen Master Clou, ähm, der in der Mitte ist. Da gibt es hundere. Fünfzig Punkte. Fünfzig. Hm. Da krieg ich trotzdem immer, trotzdem immer Geld dann dazu, wo man eigentlich auch so relativ auf was gekriegt hat, bei 45.000. Ja. Ja. Das hat flackere Weißen. Jetzt wird gesoffen. Echt? Genug getrunken. Jetzt wird gesoffen. Na klar. Ich wusste gar nicht, dass Altatio auch ein Lied mit Knisterbad hatte. Habe ich irgendwie letztes Mal irgendwie... Jetzt bin ich irgendwie aber auch nicht. Naja. Genug getrunken. Na klar. Ach nee, was ist denn das für ein Flack an da? Hm. Gott, da ist der Kopfschmerzen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und mit dabei sind eure Monagone und Chat. Hallo. 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 Oh, ich habe mich fast verschluckt. Oh je. Ach shit. Nein, das ist gut. Zombies sehen uns wieder. Ach ja. Die Zombies sehen uns wieder. Zombies. Zombies sehen uns wieder. Zombies. Wir müssen zu einer Kutsche. Graben. Oh, ich komme mit den beiden nach oben. Geil. Garten, graben, graben, graben. Aua. Aua. Aua, Nitz, hauen. Hier ist Heilung, falls wer Aua hat. Hier ist noch eine Brotdose. Oh, ich will auch eine Bratdose. Eine Bratdose. Oh, so eine Bratdose. Eine Bratdose. Geil, Dynamite Stink. Wo ist der Bratdose? Und da ist ein Kibbi. Ach da. Ich habe schon wieder so ein Koppelsmick. Wieso? Wie viel hat man Ausdauerspritz? Ich wollte doch zwei mitnehmen. Sieht das bei euch auch so komisch aus, das Wasser? Ja, so komisch. Texturlos. Das ist Eis. Das ist Eis. Eis, Eis, Baby. Warte, da war Schnee. Schnee, im Sommer. Eis, im Sommer. Guck mal, da steht eine neue Maschine. Maschine. Aua. Ich habe noch einen Kürbis gefunden. Sehr gut. Hast du? Ein Kürbis gefunden. Kürbis. Und noch einen. Kürben. Wir reden doch immer noch von einem Kürbis. Von mehreren Kürbissen. Oh, ich dachte gar nicht, ich hätte die Ego-Schritte gehört. Das war wild. Was? Kürbis? 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 Ja, das ist von mir. Rubinen. Rubinen? Rubinen. Ja, das möchte ich nicht. Ne? Falls ihr Heilung findet. Ich brauche Heilung. Du hast mir die doch schon gezeigt. Ja, aber da brauchte ich sie noch nicht. Du musst immer welche mitnehmen. Abheilung dabei, aber ich will die jetzt nicht benutzen. Ja, ist auch richtig. Also hier ist auf jeden Fall keine. Dann gehe ich eben zur Kutsche. Wir können einfach nach Healing gehen. Das ist leider dasselbe Weg. Da wird schon was Heilung führen. Und wenn nicht? Das Ding heißt Healing. Healing Water. Ja, aber manchmal wird die Heilung doch hier nicht mehr aufgegessen. Das ist Rampage. 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 Was war das nochmal? Wutanzahl. Ja. Du wirst so richtig wütend. Ja, ich habe einen Ping von 167. Geil. Oh, geil. Okay, jetzt komm. Ich auch. Ich habe mich wieder gehoben. Instant, da kam die Ping-Polizei und hat das direkt wieder geregelt. Assassin ist bei Stillwater. Hier ist Heilung. Da ist Heilung. Mein Gott. Da ist Heilung. Da ist Heilung da vorne. Alter. Wie hinten der Zombie vorhin. Und hinten vorhin zu reden. Das hat mich gerade richtig getriggert. Na ja gut. Was denn? Na, nix. Du von vorne der Zombie von hinten und dann vorne und zurück. Und äh... Wann ich mal noch leicht aus dem Kontext stehen. Das verstehe ich nicht. Wieso habe ich jetzt so viel einspritzen bei? Nee, da gehe ich nicht durch. Da ist schon noch Wasser am Blubbern. Aber sie haben wieder... Da hört es ja wie ein Sodastream. Hat Wasser da. Da gehe ich nicht hin. Will ich nie. Japanischer Erotik-Star. Sodastream? Nee, Wasser am Wasser. Ach so. Ich dachte, der ist so lustig. Da verbrachen die dann Japaner, bitte. Oh, Wasser sprudelt. Geil. Sprudelt richtig. Stimmt auch Leute, die so aus der Roten finden. Du mehr Kohlensäule drückst rein. Das muss prickeln. Das muss richtig prickeln. Das muss prickeln. Nicht nur ein Bauchnabel. Da habe ich irgendwas gehört. Okay. Na, ich werde auch was schreiben. Oh, war das denn hier oben? Ich weiß nicht, ob ich da hinbrichte. Ach nee, hier wird der Sound laut. Der Mitte wird laut. Mittel wird wieder leise. Oh mein Gott. What the fuck war das denn? Ja, er steht da. Ist die nur ein Übel. Ja, nein, noch Punkte übrig haben. Hier oben ist Shadow. Ich habe keinen. Ich brauche keine Punkte. Ja, ich auch nicht. Das werden wir für später irgendwo machen. Das sind drei Punkte für die Kasse. Verdammt. Ihr looted da und ist ein Gegner hier. Hä? Ja, ich loote hier richtig hart. Richtig hart am ablooten hier. Keine Ahnung, wo der ist. Wie geht die denn? Aber wird laut. Hinweis wird laut. Irgendwo da hinten. Da. Hat ein Hit. Hab ihn. Schön. Ich weiß aber nicht, ob das der war von eben. Ich glaube nicht, dass er da war von eben. Von links, von da irgendwas. Da schmeißt irgendeiner von da unten irgendwann. Ganz weit weg. Liegt hier. Wenn einer looten will, dann will ich ihn mal kurz anzünden. Ja, ist Loot. Ja, irgendwo was. Matsche oder so. Okay. Wow. Na, aber ich dachte, da wäre was. Oh, lol. Alter, das ist neben mir ein Baum eingeschwappen. Der ist immer noch da. Ja, aber irgendwie 240. Das ist fake. Belaufgeräusche auf 255 Südwesten. Das ist ein Explosivgeschoss. Aua. Hab ich. Können. Aua. Heil. Ich verstehe nicht, wenn du so schreist. Da wird rausgefiltert. Der war direkt vor mir. Ach so. Oh, von hinten, oh nein, mit so einem Sandwich. Ich darf doch mal nur noch ein bisschen. Der ist direkt auf meiner Leiche. Fuck. Möcke. Also doch nicht direkt drauf. Da war eben direkt drauf. Der war eben direkt drauf. Der war genau hier. Irgendwo höre ich Schüsse aus Nordosten. Ja, ich sag ja, da kommen wir auch noch. Weil er hat keine Explosion. Alter. Von wo? Ich weiß nicht, ob der eine so aufgestanden wird. Ja, ich glaube ja. Ja, da hinten. Der Brand-Muni. Hat ein Hit. Ne, ist ein anderer. Ist eine Frau, die schreit. Renn zurück zur Kutsche. Links neben mir. Alter. Das ist der Typ, den ich gerade gekillt habe. Ja, die geben immer Headshots. Ja, die geben immer Headshots. Hast du einen Negro? Nein. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. aber nicht für die anderen sind ich hänge fest man ich kann eigentlich mittlerweile gut ich glaube ich nehme deine waffe auch mal mit die ist ja nicht verkehrt aber ist auch nicht so teuer hast du schon recht gehabt 70 oder so Infantry aber nicht Infantry ne doch Parabiner achso ne weil ich grad freigeschaltet hab achso braucht man dafür Bullockwerper ne 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 Quatermaster nee 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 Das, 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 das. Die wichtigste Waffe überhaupt im ganzen Spiel. Die Hand am Brust. Aber ja, nicht Medicare spielen. Wir hatten letztens Runden gespielt, wo man, wo wir mit Doppelfeil und Bogengang gerannt sind. Und dann hatten wir die ganzen Pfeile voll mit Explosivgeschoss. Ähm, und dann hatten wir auch nochmal extra Moni und dann haben wir die Leute einfach alle weggesprengt. Hm, das müssen wir mal wieder machen, ne? Ähm, machen wir das der Negro. So, Berli ist bereit. Alexa, bin ich hübsch? Ich habe sechs Chirurgen in deiner Umgebung gefunden. Was ist ein Jäger nach dem Rennen? Fürster. Hä? Wow. Was für ein Ding? Das ist ein Jäger nach dem Rennen. Fürster. Achso. Elefantenjagdverein Gotax. Tötet, was trötet. Hm. Krematorium Gotax. Wir haben Sorgen, was sie ermorden. Warum geht ein Luftballon kaputt? Oder kaputt geht. Aus Platzgründen. Ja. Wow. Hier fehlt die Mund. Hallo. Mein Gott. Was? War mir der kaputt? Alles gut. Ja, als wenn man den lädt es noch. Na, kein gutes Zeichen. Lädt sehr lange. Ja. Ja, ich glaube, davon kann es so ausgehen, dass es auch nichts mehr passieren wird. Ich? Ich bin jetzt dran. Was? Oh, was machst du denn? Ja. Was? Hier bist du? Hier bist du? Nehmen wir von 90. Eins, zwei, drei. Cool. Armes Fjord. Toll, der Kürbis hat überleben hier. Bisher ist der Ding auch im grüllen. Naja, ich hab's auch gerade gehört. Ein Hinweis, ein Hinweis. Monteros malt. Ich frage mich, ich frage mich, was der so malte. Was? Wer malt? Cool. Der Kürbis hat mir eine Heilung, die ich jetzt brauche. Weiß ich auch nicht, als ob irgendjemand mit einem Baseballschläger hinter mir hierher gelaufen ist, obwohl ich schon auf dem Ding zugelaufen bin. Ich war die ganze Zeit schon auf dem Weg zur Heilung. Dann haust du mich dafür. Was denn, wenn du dazwischen stehst? Okay. Okay. Ich hol mal eine eigene Heilung. Wow. Krieg ich ja keinen. Ah, hier ist Heilung. Geil. Äh, oh, da ist der Kutscher, da geh ich auch noch hin. So war. Was willst du denn? Schön. Fertig. Nein. Möker, Möker, sei ruhig. Die ist doch gar nicht Lieder. Das ist die Farbe. Das ist die Farbe ausgelaufen. So, ich hab jetzt 21 Minuten Ausdauer, soll reichen, oder? Nee, das ist nicht genug. Ach, guck mal. Hier ist auch der. Und da ist auch eine Kasse drin. Was ist das? Der ist doch auf der einen Map auch drauf. Einfach, einfach so ein... Einfach so ein Heu... Heu-Männchen da. Ja. Strom-Männchen. Oh, Mann. Wow, da war eine Schottie. Da ist direkt einer. Insta-Burn-Hort. Fünf Meter. Granaten? Oh Gott. Und ich brenne. Ist er dahinter? Das ist er gefallen. Er ist direkt bei mir. Ich brenne übrigens. Ja, ich weiß. Was auch das. Kommt bei mir an. Bei mir ist noch einer. Hat Sch... Hat Schaden bekommen. Der hat noch einen Schuss drin. Pass auf. Ich sage nachher, da wird zwei. Na klar. Ach, scheiß Schroffinden, Alter. Kommt nicht. Na klar. Ich hing da fest. Ich bin noch nie aufzustehen. Scheiß Dach. Scheiß Dach, ich kann nie aufzustehen. Irgendwie ist so ein Ding blieben hier. Ach, es klang so, als wäre er irgendwo am Dach erst rumgelaufen. Habe ich auch gedacht. Komisch. Zum Metall. Oh. Ich bin langsam müde. Okay. Bitte warten. Nein. Ach, das ist doch ein Bonus. ist immer wieder eine Mose damit wir auszubilden das ist immer wieder eine Mose damit wir auszubilden das ist immer wieder eine Mose damit wir auszubilden das ist immer wieder eine Mose damit wir auszubilden das ist immer wieder eine Mose damit wir ausprobieren das ist immer wieder eine Mose damit wir ausprobieren das ist immer wieder eine Mose damit wir ausprobieren Wäre es eigentlich nicht ready. Ich glaube auch, Goon sucht gerade noch was aus. Oh, ja, 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 ich... Weil mich... Okay, da war der ehemalige Sänger, steht hier. Du bist aus dem dritten, dritten, dritten Stock gefallen. Uh. Wer ist aus dem dritten Stock gefallen? Der ehemalige Sänger. Oh. Warum ist der da runtergefallen? Ich bin nur noch gerade am gucken, weiß ich noch nicht. Okay. Angeblich haben die angerufen, wegen dem aggressiven Mann war die Rede, der unter Einfluss von Drogen und Alkohol stehen könnte. Okay. Oh, jetzt seit 2016 gibt es die Band auch schon gar nicht mehr. Haben die sich schon aufgelöst. Wo warst du ja, ne? Acht Jahre? Oh. Ja. Es hat vergeht. Ja. Das hab ich letztes Mal irgendwo immer gedacht, wo ich da auch irgendwie ein YouTube-Video geguckt hab, wo die dann so von YouTube früher irgendwie geredet haben, von irgendeinem YouTuber. Also, Alter, sah ja alles nochmal ganz anders aus. Wo man seine YouTube-Seite selber noch designen konnte. Wo man eine Freundin auf YouTube hatte. Ja, das stimmt. Und jedes Mal, wenn er irgendwas umgestellt wollte, die Leute, ne, scheiße, ich auf mit YouTube, ich geh von da hin und alle so, ja, wohin denn? Ja, mein Video. Ja, geh mal nach mein Video. Guten Tag. Hallo. Hallo? Ah, guck mal, jetzt hab ich das auch mit dem Mauszeiger hier drin. Aber kriegst du das denn weg? Nö. Ich hab'n roten Mauszeiger jetzt hier. Ja, cool, da musst du wohl das Spiel noch starten. Ja, dann mach ich's mal. Also, ich hab's nicht wegbekommen, ich muss nur starten. Kann man ja einfach so zurück zu den Menüs machen, oder? Ich hab einfach Alte 4 gemacht. Alte 4, und der Tag gehört dir. Ist das ein dummer Spruch? Für das Englisch-Tabstern-Schautor mit der Weisener Ragun-Bohnen-Chat. Hallo. Hallo. Ich mag den Spruch sowas von nicht. Gibt solche Sprüche? Es sieht für mich auch so unglaublich... Es sieht für mich auch so unglaublich scheiße. Wie... Der gehört auf demselben Faktor, wie die Leute immer alle im Chat schreiben, so, äh, kannst du mir mal helfen? Und dann so, äh, muss er Alte 4... Ja, ist lustig. Oh, krass. Ja. Ja, Boomer, Mensch. Guck doch einfach mal. Hier ist, äh, Nachschub. Das ist ja echt, ey. Marcel, hier ist Nachschub. Ja, lass mir kurz einen Hinweis holen. Ich komme ja schon. Ragun kommt gleich nach. Der muss eben kurz neu starten hier. Ja, ja. Ja, ja. Da ist Nachschub. Da ist Nachschub. Und Tam. Tam. Hallo, Tam. Na, altes Haus, wie geht es dir? Wie geht's? Wie steht's? Wie ist es? So. Wir gehen uns mal langsam, damit Ragunow in der kommt. Ich bewege mich langsam. Ja. Erstmal Schiff gedrückt halten. Ich habe sogar eine Ausdauerspritze drin. Ich habe eine Ausdauerspritze, sogar zwei. Nein, nur eine erstmal. Hallo, Mordi. Mordi. Und, klappt es bei dir? Ja, bin wieder drin. Sehr gut. Jetzt im Zelt. Im Zelt? Was ist denn da? Ja. Ja. Warte, ich komme auch ins Zelt. Ich bin nackt. Achso, dann gehe ich. Das ist ja eklig. Deswegen hat Tam eingeschultet. Wow. Geht gut, das ist doch schön. Sonst geht sie auch gut. Guti. Du hast Nahrung zu dir genommen. Das ist eine Verbindung. Wenn man sich das in den Kopf knudelt. Ja. Soll der in der Kopf das verdauen. Muss er ja nicht. Dann macht er den nur klein. Da leitet er ja weiter. Ist ja nicht zu viel zuständig. Komm, jetzt bist du so alt, du weißt doch, wie Essen funktioniert. Komm. Sonst nimmst du auch immer alles wortwörtlich und machst daraus einen Spaß. Deswegen verstehen wir uns so gut. Das ist mal wie es mir immer ging. Hier 30 cm. 30 cm. Ja, ich wusste. Ich wusste schon vorher, bevor es dann geschrieben hat. In der Kürze liegt die Wurze. Alarm. Alarm. Oh, Donovan. Was? Was haben? Ja, ist klar, dass die Rabler wegfliehen. Da ist eine Avtomat vor uns, ne? Meine Avtomat. Mit 3,16 Euro Brote? Okay, ich müsste auch mal hin. Okay, Boss ist auf 195. Du hast schon Lebensmittel gerettet. Du hast wahrscheinlich Lebensmittel gerettet, Tom, oder? Ich mag ja so, glaube ich, gerne dieses Cheese-Oregano-Brot von denen. Hört sich aber auch lecker an. Ja, die sind so cheesy. Und Oregano? Mit Oregano. Mensch, hätte da niemand mitreden können. Ach, das Ding, ja. Das hatten wir auch schon mal gesehen. Jetzt hast du ihn dreimal auf die Arme gehauen. Jetzt muss er mal den Kopf treffen. Was? Weißt du was? Was denn? Das ist mich. Der Extra-Boss ist auf 165. Guck mal, wir gucken, was wir machen. Sie ist vorruf. Ich habe noch meinen Rappen gerettet. Äh, meinen Balken gerettet. Du hast einen Rappen gerettet? Meine Rappen. Rappen. Meinen Balken, ich habe mich versprochen. Ich habe meine Rappen. Was ist das denn? Weil ich kurz vor Ende da war, bekam ich zwei Tüten mit je acht. Lecker. Was? Na, cool. Wäre so ein bisschen später hingegangen, hätte ich auch noch die Beilagen bekommen. Wolle, ich will auch. Die machen den Boss. Näääää. Das ist fake. Achso. Michaela. Aber da hat keiner gerechnet. Irgendwie hatte ich irgendwas mit Michaela im Kopf. Ich hab mir schon irgendwie auch damit gerechnet. Wir haben da Klavier an. Ja, wir haben da Klavier an. Ja. Den Klavier, ich war der. Ich balle mir schon mit Ausdauer rein. Oh mein Gott, das Fenster oben. Oben? Wo denn? Ach da. Ja. Hab ihn getroffen. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Ist er aufgestanden? Marvin kommt von links. Marvin kam von links. Woher schießen die denn da? Oh, das bedeutet, irgendwas aus Süden kommt noch auf uns zu. Oh. Ja, lass uns mal nach da hingehen lieber. Nach Nordbesten Richtung. Ich hab das falsche weggemacht. Oh. Wann geht denn der Scheiß nicht weg? Ja. Wann muss ich aufpassen? Da aus dem Fenster irgendwo. Oh ja, jetzt kommt der Kleine hier. Welches Fenster? Da. Ach so. Ja. Aber er hat das zugemacht. Kann ich jetzt von hier oben aufmachen? Mach mal auf. Sehr nix. Ja, da ist jemand. Kalaus durch. Mach mal, ich mach mal Lichter dran. Von links. Ja, jetzt kommt doch nicht zu mir. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hier kann man rein zu denen. Ich hab ne Mosin bei. Ja. Ja. Du hast du jetzt die Tür. Ein paar Beine. Sehr gut. Da ganz hinten ist einer. Wurde noch nicht wieder aufgeholt. Ja. Ich hab eine. Die haben nicht mit den Kaminen gerechnet, wie es aussieht. Da. Ah, da liegt daneben noch einer. Jo. Oh Gott, da kommt der auf mich. Ich brenne. Ja, warte Sekunde. Ich hab den auch zweimal getroffen, ne? Ah, Domdrecksfehler. Von außen komm, ja? Ja, komm. Muss los. Ja, ja, wie oft kannst du noch schießen? Ja. Total schnell mit einer Limmat. Mhm. Ich schieße auch gar nicht so schnell. Für neun Euro habe ich von einem China-Restaurant einen Eimer voll Futter bekommen. Dieser Chinese ist leider nur 40 Kilometer entfernt. Schade. Okay. Warte, wie komm ich denn jetzt hier raus? Ach, da. Ja. Ja, soll ich sagen, war gut für heute? Ja, ich muss sagen, hat es so die Luft raus bei mir. Ach. So. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, Ragun. Und dann würden wir uns Freitag wiedersehen. Genau. Ja, danke schön auf jeden Fall schon mal fürs Reinschalten, fürs Dabeisein. Und ja, wollte ich sagen, schönen Start ins Wochenende, aber ist ja noch gar nicht. Dauert ja noch zwei Tage. Deswegen würde ich uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr Freitag wieder dabei seid. Genau. Und ja. Tschüss. Gute Nacht. Danke fürs Reinschalten. Vielen Dank für den ganzen Support. Genau. Danke für den Support. Gute Nacht, Rimmis. Gute Nacht haben. Und alle, die sonst noch da sind. Feierabend. Feierabend. Gute Nacht. Nach über sechs Stunden. Genau. Gute Nacht. Tschüss. Warte, ja. Tschüss.